Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in der WrestleMania Week angekommen und der Virgil, er zeigt zwei Daumen nach oben und zwei sind mehr als einer, aber vier sind noch besser. Deswegen tue ich das Gleiche, wie immer ohne Anmoderation. Wir sind bei Monday Night Raw, der Go-Home-Show für WrestleMania 40 und wir haben richtig Bock drauf, denn es ist WrestleMania, das ist der Grund. Hallo Virgil. Hi, ja, es ist WrestleMania 40, 40 XL, die größte WrestleMania aller Zeiten, where it all begins again, and again, and again, and again, and again, es ist soweit. Das 40-jährige Jubiläum, würden sie ja wieder sagen, haben sie aber gelernt, ist ja nicht, ist ja nur 39 Jahre, aber es ist die 40. Ausgabe und deswegen wird das richtig gut und zwar so gut, ich kann verkünden, ich hab da schon mal SmackDown gemacht, letzte Woche, wir beide, das ist die beste Review, Weekly Review, muss man dazu sagen, aller Zeiten, auf Spotfight. Seitdem es Spotfight diesen Podcast gibt, war noch nie so großartig, die letzte Raw Review, da möchte ich vor allem dir gratulieren, weil du hast viel mehr geleistet als ich, glaube ich, vermutlich. Ja, warte, ich hab jetzt hier eine billige Sonnenbrille, die ich gefunden habe, das ist ja irgendwie, wenn man der Demogott ist, dann muss man das ja machen. Ja, die kenne ich. Nee, das wär gut. Ich bedanke mich aber auch bei euch da draußen, weil das ist natürlich, dass... Nein, natürlich, also ganz im Ernst, das ist vielleicht unsere unglaubliche Chemie miteinander, ja, wir kriegen ja ganz viele Kommentare, dass die Leute uns lieben, ich finde, ich liebe uns auch, muss ich auch sagen. Ich liebe mich auch. Aber es ist natürlich auch einfach das Interesse an Wrestling, du spürst es auch in Wrestling-Deutschland, du spürst es im Internet, du spürst es, die Leute haben Bock, die Leute haben Bock auf Wrestling, die Leute in Deutschland haben Bock auf Wrestling, deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Dankeschön. Ja, dankeschön, das muss man auch mal sagen, dankeschön. Und wir bedanken uns damit, dass wir ganz, 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 ganz viel machen. Also ich kann nur so einen Teil hier auf, also erstmal auf Twitch, twitch.tv.de, da haben wir immer was. Jetzt zu diesem Zeitpunkt läuft gerade was. Fea und Tobi machen FAQ und CM Punk Interview und hast du nicht gesehen, alles dabei. Was wird es geben? Es wird eine WrestleMania-Preview geben mit Sebastian Hackl, der schlauste Mann im deutschen Wrestling, definitiv, also neben dir. Aber Sebastian Hackl auch. Da wird es geben und ich mache ein Fantasy-Booking auf Twitch dann aber. Da machen wir Freitagabend, 20 Uhr, Fantasy-Booking, ich weiß noch nicht wie genau und was genau, aber das wird immer sehr lustig werden. Ich suche mir irgendeinen aus, der Zeit hat. Das wird passieren. Und dann WrestleMania-Watch-Party. So, jetzt habe ich Informationen zu dieser Watch-Party. Am Samstag, 17 Uhr könnt ihr einschalten auf Twitch. Da gibt es Infos zum Community-Treffen, was am 31. August in Berlin stattfinden wird, im Takt-Theater Berlin-Kreuzberg. Unbedingt einschalten, wenn ihr uns persönlich treffen wollt, denn das letzte Community-Treffen, da haben sich Freunde fürs Leben gefunden. Lohnt sich also, das sollte ich sagen. Und dann wird WrestleMania live geschaut mit allen auf der Couch, die dabei sind. Und dann gibt es am Ende auf YouTube die Live-Review zu WrestleMania-Nacht 1 und Nacht 2, auch auf Twitch, geht am Sonntag um 20 Uhr los. Ja, ich muss leider umziehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Da muss ich nochmal sehen, wie ich das mache. Also ich werde wahrscheinlich nicht allzu viel zugegen sein, denn ich habe endlich eine neue Wohnung und sie ist ausgerechnet am WrestleMania-Wochenende. Ja, ja. Naja, ist halt jetzt so. Mal schauen. Also irgendwie kriegen wir das hin. Aber die anderen sind ja auch ganz toll. Tobi ist da und Pea ist da und Chris ist da und der andere Tobi ist da und noch mehr. Flo ist da und alle. Also die machen Watch-Party, das ist wunderbar. Und ich glaube, ich habe jetzt alles vorgelesen. Nein, Tippspiel noch. Tippspiel nicht vergessen. Es ist, glaube ich, noch nicht online. Aber Stand and Deliver ist am Samstag. Dann Nacht 1, dann Nacht 2. Das heißt, noch dreimal Tippspiel schlafen oder so. Und dann steht fest, wer das Tippspiel gewinnt. Also vergesst das nicht. Haltet das im Auge, wenn wir natürlich in der Preview auch nochmal zu erzählen würden. Achso, jetzt muss ich kurz übernehmen. Ja, 4 steht einfach an, Leute. Also ihr bekommt einfach nicht genug. Wenn ihr noch nicht unterstützt, unterstützt einfach. Lohnt sich einfach. Weil wir planen ja ganz viele neue Sachen für euch. Ganz viele tolle neue Sachen. Falls ihr es auch noch nicht gesehen habt, es gibt ja jetzt auch die Dokus auf Englisch, Spotfight-Dokus auf Englisch. Der Kanal geht richtig ab. Also wenn ihr da zu den ersten irgendwie, ich glaube 10.000 Leuten gehören wollt, die den abonnieren, das ist schon vorbei. Hat sich schon erledigt. Ich glaube, ist schon weit drüber. Geht richtig ab. Richtig cool, was das Team im Hintergrund einfach macht. Deswegen vielen, vielen Dank wirklich auch an die Leute im Hintergrund, die das auch für uns hochladen, die die Arbeit hinten reinstecken, Social Media und so. Hinter Spotfight steht ein großes Team. Die brauchen Unterstützung. Vielen, vielen Dank an alle, die schon dabei sind. Danke. Ja. Siehste, haben wir unser Dankeschön und auf Wiedersehen schon am Anfang. Also nur das Dankeschön, das ist natürlich toll. Also der Doku-Kanal auch, also wirklich große Nummer. Das wird abgehen. WrestleMania wird abgehen. Raw wird abgehen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt rein und dann auch ab. Ja, denn wir sind jetzt in dieser Show und dann wird gezeigt, wie die in Philadelphia gerade fleißig im Stadion aufbauen. Im Hellen. Im Hellen. Das heißt, sie haben es gelehrt. Sie haben mich erhört. Wochenlang, immer im Dunkeln, Licht angemacht, obwohl nichts da ist, obwohl nichts aufgebaut ist. Aber jetzt im Hellen. Wunderbar. Das passt. Dann fahren wir so eine Rolltreppe hoch. Zack. Und da ist das Barclays Center zu Brooklyn, New York. New York, wo wir heute sind. Ja. Aber was hat denn jetzt The Rock Cody Rhodes zugeflüstert? Darum geht's ja. Finden wir es einen langen Einspieler lang heraus. Und ich hätte gerne aber tatsächlich die Reaktion von Mama Rhodes gesehen am Ende. Haben wir dann nicht mehr gesehen. Die wurde noch nicht gezeigt. Die heben sich für WrestleMania auf. Cody Rhodes heute keine Ringfreigabe oder generell keine Freigabe. Also der ist zu krank, um überhaupt in der Show zu erscheinen. Das wird uns noch 28 Mal gesagt. Dann ist der auch nicht da. Wenn die das so oft sagen, dann ist der auch nicht da. Auf gar keinen Fall. Und dann geht die Show nämlich los. Und wie geht die Show los? Mit The Rock. Das ist also... Deshalb geht's ja gar nicht. The Rock kommt wieder mit seinen Blitzen rein. Blablabla. Und diesmal, nicht nur wie letztes Mal, dieses kleine Siam Punk-Chicago-Dingens, sondern volle 100x100 Meter LED-Wand, die die WWE wieder aufgefahren hat. Wunderbar. Der Final Boss. Höchstpersönlich ist da. Und was sagt er uns? Er sagt, er hat den kleinen Jungen zum Bluten gemacht. Cody Rhodes letzte Woche. Großartig, ne? Und er hat sein Versprechen eingehalten. Das Einzige, was da noch gefehlt hat, das waren die Tränen von Mama Rhodes auf dem Gürtel. Aber sie war ja nicht da. Vielleicht kommt sie noch. Und das ist auch tatsächlich die Lösung. Und wir haben es ja spekuliert. Und ich habe es auch sehr spät erst gereillt. Er hat tatsächlich Cody Rhodes zugeflüstert. Heute Nacht werde ich dich zum Bluten bringen. Und das hat der Cody Rhodes ihm nicht geglaubt. Und das war ein Fehler von Cody Rhodes. Denn es hat so geklappt. Ja, und jetzt spielen wir sogar ein paar Reaktionen an. Ich glaube, die war von Instagram oder so. Von so kleinen Mädels, die sich das angeguckt haben und voll geweiht haben. Da hatte ich ja schon sehr viel Mitleid mit denen. Also Cody Rhodes, was ist da gerade passiert? Also das war, das war auch lustig. Es war lustig und traurig zugleich. Und der Onkel Rock möchte euch eine Botschaft sagen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und jetzt muss ich den halt immer wieder kaputt hauen, den Cody Rhodes. Denn so ist es nun mal. Und ich glaube, finally, the final boss has come back to Brooklyn. So, das war dann The Rock Auftakt in Brooklyn. Ja, sehr viel mit den Fans gespielt, ne? Also What Chance hat er direkt bekommen. Die Fans hatten auf jeden Fall richtig Bock. 13.000 waren ja da, musst du dir mal vorstellen. Waren WrestleManias, die ungefähr so viele Leute hatten. Weiß auch nicht, was mit meiner Stimme los ist. Also wenn sich irgendeiner wundert, ich komme noch aus einer Erkältung. War deswegen leider auch am Samstag nicht bei der Catch Factory. Ich fand das interessant. Ich fand interessant einfach die gesamte Stimmung einfach in der Halle. Das hat richtig Spaß gemacht. Mir hat auch das Video am Anfang Spaß gemacht. Und er hat es alles aufgegriffen. Ich glaube, das war ein Video, was auch auf Reddit rumgegangen ist mit dem kleinen Mädchen, was dann geweint hat. Und ja, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ich sage es, diese Woche bis zu diesem Punkt hat sich einfach das Singles Match zwischen dem Final Boss und Cody Rhodes viel größer angefühlt. Und ich sage immer noch, das steht für vielleicht SummerSlam oder so noch auf dem Programm. Irgendwann wird es stattfinden. Ich sage es. Ja, und ich sage es wie letzte Woche, das braucht dann keinen Gürtel. Naja, wir werden es sehen. Jetzt ist professionelles Wrestling cool, sagt er uns. Und er sagt jetzt, es ist das meistverkaufte Raw aller Zeiten. Offizielle Zahl 15.546. Ich weiß nicht, wie sie es gemeint haben. Die drehen sich ja ihre Zahlen immer zurecht. Ich weiß definitiv, 1999 war man in Toronto im Skydome vor über 40.000 Leuten das Show im Stadion. Also es kann nicht die größte Crowd aller Zeiten bei Raw sein. Aber die WWE sagt uns das, also verkündige ich das dann auch. Nee, warte. Ich glaube, die meinten, er meinte das Gate. Vielleicht waren die Ticketpreise einfach so teuer, dass diese blablabla tausend Leute pro Ticket 50.000 Euro bezahlt haben. Und damals bei Kanada und Toronto haben die alle nur einen Dollar bezahlt. Weißt du, das ist halt der Unterschied. Ja, das kann natürlich sein. Das heißt, The Rock sagt einfach, die WWE ist schweineteuer geworden und alle, yeah, wir sind so geil, wir sind hier, 500 Euro. Ich habe meine Hypothek verkauft, weißt du. Geil, aber ich sehe jetzt The Rock und ich sehe nicht nur The Rock, sondern ich sehe auch einen Roman Reigns. Der kommt jetzt als nächstes rein und dann ist es natürlich Big Time Feeding überhaupt. Mit seinen drei Handlingern kommt er rein. Paul Heyman, Solo Sikoa, Jimmy Uso und in einer Doku, da war jetzt eine Doku zu Roman Reigns, da hat er gesagt, wenn er den Titel bei WrestleMania verliert, dann war es das für ihn. Das könnte also das letzte Raw von Roman Reigns sein. Oh mein Gott, da bin ich mal gespannt. Die Halle aknowledgt ihn definitiv und Roman Reigns möchte auch seine Familie jetzt aknowledgen, aber mit no Yeet. Also Yeet gibt es nicht dabei, das ist ja der andere, das ist ja der verlorene Cousin, den brauchen wir nicht mehr. The Rock hat das ziemlich gut hingekriegt mit dem Bluten, das war wunderbar. Danke für die Familie. Also er sagt, der Roman Reigns hätte das nicht nötig gehabt, aber war cool, dass er das gemacht hat. Als wir 2020 hier den Laden übernommen haben, da war Cody Rhodes irgendwo und hat nichts gemacht und dann wollte er auch einen Teil vom Kuchen abhaben. Deswegen kam der zurück, badet im Glanzlicht der Bloodline, so ist das gewesen. Und das war dann Roman Reigns. Es war so eine dreigeteilte Probe. The Rock und jetzt Roman Reigns. Genau und was ich bei ihm interessant fand, dieser Aspekt, den du gerade gesagt hast aus der Biografie, aus dieser A&E-Doku, der wurde so beiläufig genannt. Also er hat es halt so gesagt, wenn ich den Titel verliere, dann bin ich halt erstmal wieder weg. Das ist ja was, womit ich ehrlich gesagt auch gerechnet habe. Weil ich meine, ich hoffe, dass Roman Reigns nicht Backstage gegangen ist und gesagt hat, ich brauche jetzt mal eine Auszeit, wovon, Bruder? Du hast das letztes Mal im Januar gekämmt. Also was ist dein Problem? Aber du hast dich ja satt gesehen. Der Charakter, der Charakter-Arc ist ja zu Ende erzählt. Und umso länger er dann weg bleibt, wenn er dann zurückkommt, vielleicht willst er dann Baby-Face-Pop haben. Wer weiß, in welche Richtung das geht. Aber wenn das wirklich das Kernthema davon wäre, glaube ich, würde man das größer drücken. Vielleicht wird es noch kommen. Vielleicht kriegen wir noch hier in der Ausgabe bei SmackDown. Wer weiß, wann wir noch irgendwann mal was dazu hören. Vielleicht auch niemals. Ich finde es schade, dass wir so in Deutschland so schwer Zugriff zu diesen ganzen Dokumentationen haben. Das ist ja nicht nur A&E. Die haben ja ganz viele Rivals auch, was ja auf Peacock läuft. Dann gibt es ja noch Dark Side of the Ring. Da gibt es ja auch interessante Ausgaben. Man wird in Amerika schon mit so Dokus und Biografien verwöhnt. Aber ich frage mich, wer guckt das auch alles? Wer hat Zeit, sich alles von WWE anzugucken? Auch diese ganzen anderen Interviews. Letzte Woche haben sie ja die ganze Zeit von dem Podcast geredet, von Roman Reigns mit Pat McAfee. Keiner hat den gesehen. Aber es zeigt auch, WWE ist wieder ein bisschen so im Zeitgeist angekommen. Irgendwo auf irgendeinem Sender läuft irgendeine Doku. Irgendwo läuft irgendeine Zusammenfassung von der Fede. Irgendwo sind Wrestler beim Podcast. Becky Lynch und Rhea Ripley, vielleicht sind die beim Podcast ja auch noch aufeinander gestoßen. Das werden wir heute auch noch erfahren. Dann CM Punk war jetzt im Podcast, hat da ein bisschen mit Ariel Helvani ein bisschen gesprochen über All Elite Wrestling. Ich habe das Gefühl, Wrestling und besonders WWE ist besonders jetzt um WrestleMania im Zeitgeist angekommen. Und Roman Reigns, der ja selber auch in Hollywood-Filmen schon mitgespielt hat, vielleicht hat er ja bald wieder eine Filmrolle. Also ich meine, das wird ja auch nicht, glaube ich, sein Endgame sein, dass er da jetzt fertig ist, dass er jetzt ein bisschen reingeschnuppert hat. Das ist vielleicht der nächste Step für ihn. Noch mal was Größeres, als nur die Wrestling-Karriere zu haben. Und das Größere, ich fand es geil. Ich fand geil, dass quasi The Rock der, Hofner will ich nicht sagen, aber der Vorsprecher war von Roman Reigns. Er hat ihn im Prinzip rausgerufen, ihn und seine ganze Entourage. Und das hat Roman Reigns tatsächlich dann nochmal größer wirken lassen. Von daher, das hat mir sehr, sehr gefallen an der Stelle. Ja, die harmonieren halt wunderbar. Man kann nicht alles gucken, das erwarten die aber auch nicht. Aber egal, wo man einschaltet, immer läuft irgendwas mit der WWE und dann bleibt es im Kopf und so funktioniert der Laden halt. Was Roman Reigns da gesagt hat, ich habe es auch nicht gehört. Ich habe das jetzt nur im Nebensatz gehört von Michael Cole, als er das erwähnt hat. Das wäre schon eine große Nummer. Weil ich gehe jetzt schon sehr stark davon aus, dass Reigns verlieren wird. Also ich denke, da sind wir alle zumindest gesunder Hoffnung, dass Cody Rhodes seine Story dann doch jetzt mal beendet. Und dann wäre Roman Reigns einfach weg. Und das glaube ich nicht, dass der dann für immer weg ist. Aber wenn man eine Geschichte dann erzählt, dass der das dann so gesagt hat oder auch nicht oder wie auch immer, dann kommt er dann vielleicht wieder oder auch nicht. Mal gucken. Aber es macht es auf alle Fälle das Match noch größer. Was es nicht größer macht, ist Seth Rollins. Das ist ein bisschen das Problem. Der ist ja immer noch so dabei. Das vierte Rad am Wagen, würde ich sagen. Aber das vierte Rad ist ja eigentlich immer noch ganz cool. Der kommt jetzt so in alter Schildmanier. Kommt der von oben runter aus dem alten Schildbüro. Kommt doch hoch und lasst uns kämpfen, sagt er da oben. Und man sieht, wie so ein Zuschauer so wieder zurückgedrückt wird. Das ist ja ganz lustig. Die kann man voll drauf gehalten, wie so ein Ort da gekommen ist und den wieder geholt hat. Nebensache. Nicht mehr labern, liebe Leute, jetzt, sondern heute kämpfen. So der alte Klassiker vom Premium Live wird nochmal sagen, ja, wir warten gar nicht ab. Wir machen das heute. Mail-Event heute. Seth Rollins gegen den Final Boss The Rock. Boah, will ich sehen. Und wenn das nicht ist, dann. Seth Rollins gegen Roman Reigns. Boah, will ich sehen. Und dann sagt er, entscheidet selber, was es werden wird. Ja, und entscheidet auch die Stipulation, die ihr haben wollt. Wer hat denn die Eier von euch? Na, und dann sagt The Rock, das willst du doch gar nicht. Du willst doch nicht gegen The Rock kämpfen. Und du willst auch gar nicht gegen Roman Reigns kämpfen. Und ich habe da einen alternativen Plan für dich. Und in dem Moment war die Halle auch schon wieder so, ach, okay. Ist ja auch eine lange WrestleMania-Week. Vielleicht gehen wir auch wieder nach Hause. Der Plan ist selbstverständlich, Solosikor. Also das ist ja mittlerweile schon in den dreieinhalb Jahren von Roman Reigns Regentschaft ist das einfach ein Klassiker geworden. In der Show vorm Premium Live-Event entweder Solosikor oder Jimmy Uso noch mal geschlagen werden muss. Und das wird aber, dass das jetzt so interessant ist, werden Bloodline-Rules werden. Das heißt, wir stellen in diesem Match schon mal vor, was bei WrestleMania passieren könnte. Seth Rollins gegen Solosikor ist heute unser Main-Event. Bloodline-Rules. Und dann waren tatsächlich ohne Werbung 35 Minuten dieser Raw-Ausgabe um. Und von sehr gut ist man dann leider nicht irgendwie so gut geendet. Und ich verstehe nicht so ganz, was der Plan war. Hast du gehört, wie groß der Pop war, als die Leute dachten, The Rock würde jetzt sein erstes? Ich glaube, es wäre sein erstes Match von The Rock gewesen. Oder sein vorletztes, seitdem er gegen The Hurricane damals gekämpft hat, wer sich erinnert. Die Raw-Ausgabe gegen den Hamburglar. Eric Rowan war da auch noch. Aber das war bei WrestleMania. Ich rede von Raw-Match. Ah, Raw. Ich rede speziell von Monday Night Raw-Match. Ich glaube, er hat wirklich seit Hurricane, vielleicht hat er eins danach noch gehabt. Irgendein ganz obskures hatte er, glaube ich, noch. Das heißt, die Leute sind ausgerastet. Auch bei Roman Reigns sind sie ausgerastet. Und dann muss ich hier jetzt leider an dieser Stelle schon mein Award vergeben für die Dumpfbacke der Woche an Seth Roll. Ich bitte darum. Also ich meine, ich fand es ja cool, dass er im Publikum steht, weil er gedacht hat, ich weiß genau, ihr attackiert mich sonst so wie Cody Rhodes. Hier im Publikum zwischen meinen Freunden wird mir nichts passieren. Den Aspekt fand ich cool. Aber ich kann mir nur erklären, dass sie gedacht haben, man zieht hier irgendwie Heat auf die Bloodline. Und die Leute hassen die Bloodline, weil sie eben nicht gegen ihn antreten. Aber das hat die ganze Spannung aus dem Raum herausgenommen. Weil jeder, also keiner wollte dieses Match sehen. Wann hat Solo Sikoa sein letztes Match gewonnen? Ich glaube, es war bei Crown Jewel gegen John Cena. Ich glaube, seitdem hat er kein einziges Match mehr gewonnen. Nee. Ich habe das auch noch mal nachgeguckt. Es ist Crown Jewel, es war im November. Also schon ein bisschen her. Und finde ich schade. Normalerweise würde man so ein Match dann ankündigen. Also Rollins heute gegen Solo Sikoa. Schaltet einen bei Raw. Wer wird das gewinnen? Aber dadurch, dass man das auf diesem größtmöglichen Spot überhaupt hat. Du hast WrestleMania, Go-Home-Segment mit The Rock und Roman Reigns im Ring. Und dann so ein Ding, so ein Downer einfach. Ja, es wird Solo Sikoa werden. Boah. Was sagen wir denn jetzt, dass es nicht Jimmy Uso geworden ist? Yay. Das fand ich schön. Das fand ich auch nicht so toll. Und dafür, dass die 35 Minuten geredet haben, war auch nicht viel Inhalt dabei. Also wir haben nichts Neues erfahren. Nur, dass der Rollins jetzt auch noch so ein bisschen der Starke ist, wenn Cody nicht mehr da ist. Ach, weiß ich nicht. Ich fand es nicht so toll. Ich fand es ganz okay, dass man halt den Fokus gezwungenermaßen, weil Cody ja nicht da ist, jetzt auf Seth Rollins gelegt hat. Und er eben ja sowieso die ganze Zeit nur der Nebendarsteller war. Gut, jetzt hat der Nebendarsteller mal, das ist wie bei The Walking Dead oder bei jeder anderen Serie. Irgendein Nebendarsteller wird mal eine Fokus-Episode haben. Und im Moment wirkt so, als würde Seth Rollins jetzt mal die Fokus-Episode haben. Man darf auch nicht vergessen, der Typ ist der World Heavyweight Champion. Ja. Also ich erwarte eigentlich, dass nach diesem Segment jetzt Damien Priest mit seinem Koffer in Gorilla steht und wartet. Aber ob das passiert, erfahren wir am Ende der Review. Wir werden schauen, ob das passiert ist, ob der seinen Koffer nochmal wieder gefunden hat. Ich sag dir, der ist bei jeder Koffer-Auktion irgendwo auf Sport 1 unterwegs. Das ist so ein Lagerhaus, die machen doch immer so Lagerhäuser auf oder so. Da wird der Koffer drin sein. Und dann findet die dann einen und dann wird das eine ganz große Story werden, aber dann erst nächstes Jahr. Ja, es ist nicht passiert und Rollins ist ja jetzt schon die Dumpfbacke für dich. Ich hebe mir die meine noch auf, aber das heißt ja nicht, dass es besonders schlau gelaufen ist für Seth Rollins heute. Schade drum. Also wir haben es nicht weiter nicht so begeistert und so ist es dann halt. Aber was soll man denn machen, denn die Show geht jetzt weiter. Und jetzt gehen wir nochmal zu Ariel Havani, denn Rhea Ripley saß da. Und auch das habe ich nicht gesehen, aber ich habe jetzt den Ausschnitt gesehen. Und sie sagt, sie hat Bock auf das Match gegen Becky Lynch, wenn Becky Lynch das gleiche Feuer mit sich bringt wie letzte Woche. Weil da haben sie sich ja schon so ein bisschen gekebbelt. Und dann wird sie angerufen. Ja, hier, ich bin da, ich darf nicht rein, sagt Becky Lynch. Die wird angerufen, um zu sagen, ich stehe eigentlich vor der Tür. Hätte sie auch klopfen können. Und dann wird im Studio ein wenig gerangelt. Das fand ich ganz cool. Also für so ein Podcast war das nicht schlecht. Und später ein Interview mit Becky Lynch und sie sagt, ich will das heute und jetzt beenden. Also auch da wieder das Klischee, wir warten nicht ab, sondern wir wollen heute kämpfen. Nee, aber das mit dem Podcast ist genau das, was ich eben angesprochen habe. Und ich finde es auch gut, dass man die Storys eben auf eine andere Ebene erhebt. Wie ist es bei Becky und bei Rhea? Wir haben gesagt, wir wussten, seit Day One wissen wir, dass dieses Match bei WrestleMania stattfinden wird. Ist ja wirklich so. Der Weg dahin war ein sehr vorhersehbarer Weg. Und das ist auch manchmal vollkommen in Ordnung. Was hat dem Match gefehlt? Und eigentlich fehlt es ihm immer noch. Aber sie versuchen es wenigstens. Sie versuchen da ein bisschen Würze reinzukriegen. Deswegen, ich habe an der Stelle nichts zu meckern. Nee, und das stört mich dann auch nicht. Also wie du sagst, dass das dann außerhalb der WWE erzählt wird, vor allem außerhalb der Shows. Auf YouTube passiert sowieso so viel. Ich finde es so lange okay, solange es mir genau wie hier erklärt wird. Also da bei der anderen Show, wo das Gras ein bisschen brauner ist, da ist ja, du musst ganze Storylines verfolgen. Auf ganz anderen Kanälen, um dann zu verstehen, was jetzt in diesem Match passiert. Und hier weiß ich, was Sache ist. Weil mir wird das Relevante gezeigt. Wer Bock hat, guckt sich da zwei Stunden den Podcast an. Ist ja auch bestimmt auch schön. Und wer keinen Bock hat, der kriegt jetzt in einer Minute zusammengefasst, was passiert ist. Und dann habe ich da überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil, dann nimmt es halt keine Sendezeit weg, wo es dann nicht angebracht wäre. Das fand ich gut. Jetzt, das fand ich nicht so gut, kann ich jetzt schon sagen. Denn jetzt sehen wir zum ersten Mal Judgment Day in dieser Show. Judgment Day kommt jetzt. Ein großes Match. Ein achter Match. Acht mal ein Tag Team Match. New Day zusammen mit DIY haben sich zusammengetan. Mann, die wurden ja letzte Woche verprügelt vor dieser großen Six-Pack-Ladder-Match-Challenge. Erzähle ich gleich was zu den Regeln, denn das ist nämlich sehr interessant. Tommaso Ciampa in diesem Match läuft rum wie ein Duracell-Hase, habe ich mir aufgeschrieben. Johnny Gargano, der springt später recht unschön vor's Pult. Also wenn ich so einmal raus, zack, vor's Pult, fliegt irgendwie mit dem Nacken. Man sieht es nicht richtig. Man sieht nur, dass man Johnny Gargano danach nicht mehr sieht. Aber er hat schon eine Entwarnung gegeben. Scheint alles in Ordnung zu sein. Razors Edge am Ende an. Ciampa und Judgment Day gewinnt. Und dann war das das. Und jetzt aber die Regeln für diese Six-Pack-Challenge. Und das finde ich sehr interessant. Die Regeln sind da. Also sechs Matches, also sechs Teams, oben Leather. Und da hängen alle vier Gürtel. Wobei diese Gürtel ja in zwei Zweier-Pakete gepackt werden. Also rote Gürtel und blaue Gürtel. Und Michael Cole sagt, das Match geht so lange, bis beide Sets von Gürteln abgenommen werden. Das heißt, Virgil, ich kann schlau denken, glaubst du, dass diese Gürtel wieder gesplittet werden? Dass wir Raw und SmackDown haben und zwei Sieger bei WrestleMania sehen? Ich gebe dir eine zweiteilige Antwort. Der erste Teil bezieht sich auf das eben gesehen Match. Ich habe gedacht, das ging nur fünf Minuten, eben weil sich Johnny Gargano verletzt hat. Ich habe wirklich gedacht, oh scheiße, da ist irgendwas passiert. Deswegen haben sie das Match so kurz gemacht. Aber ich habe später nichts mehr von Timing-Problemen gemacht. Also gesehen oder gefühlt, gemerkt. Also weiß ich nicht. Gute Besserung, falls er irgendwie noch Nackenschmerzen hat oder sowas. Über das Match muss man nicht viel sagen. War so eine kleine Preview jetzt zwischen den Raw-Teams oder einem Teil der Raw-Teams. Und den Champions kann man bei der WrestleMania-Goro machen. Meine zweite Antwort zu dem anderen Match. Warte, ich muss irgendwas finden, was ich wütend durch die Gegend schmeißen kann. Oh nein, jetzt geht es los. Achtung, schaut bitte auf YouTube. Da darfst du wie, oh, was war das? Warum spoilerst du das denn jetzt schon? Ich habe es gespoilert, weil ich schlau bin. Nein, nicht nur, sondern WWE. Warum sagen die das nebenbei am Kommentar? Jetzt weiß jeder, was passieren wird. Wir können drüber reden jetzt. Wir wollen, dass wir hier ein bisschen Sendezeit füllen. Aber wir haben doch sowieso jede Woche darüber spekuliert. Seitdem es ein Ladder-Match ist, spekulieren darüber, WWE könnte diesen Schritt gehen. Und die Leute haben sich gefreut. Jetzt erwartet das jemand. Wenn das jetzt nicht passiert, sondern Johnny Gargano und Tommaso Ciampa, sich die Titel abhängen zum Beispiel. Und wir haben beide Sets in den Titeln in der Hand. Werden alle Fans, oh, die bleiben immer noch zusammen. Die müssen sie jetzt trennen. Eigentlich ja, ne? Ja. Und das wäre auch besser so. Also wir haben drei Teams von Raw und zwei Teams von SmackDown plus Judgment Day, die aktuell bei beiden Shows sind. Dann wird wahrscheinlich von SmackDown. Das ist wahrscheinlich wie die New Catch Republic oder so, holt sich dann die Blauen hoffentlich. Ja, aber stell dir doch vor, wie es bei WrestleMania gewesen wäre, wenn wir jetzt alle bis dahin spekuliert hätten, ob das dann regelmäßig die Regel so wäre oder nicht. Was passiert, wenn ein Team nur ein abreißt und dann einfach geht? Oder was passiert, wenn zwei Teams auf zwei Leitenden und gleichzeitig die Titel abreißen? Die einen die Raw-Titel, die anderen die SmackDown-Titel. Die Spekulation und der Moment, dass es geklärt wird. Ob der Ring-Announcer, ob die beiden General Manager rauskommen, wäre doch ein WrestleMania-Moment gewesen, wenn sie es da geklärt hätten und sich das da aufgeklärt hätten, als wenn die Kommentatoren uns das 30 Sekunden vor einem belanglosen 5-Minuten-Match erzählen. Ja, stimmt. Dann hätte es auf alle Fälle mehr Spannung gehabt. Dann kannst du es dann in der Show klären. Was machen wir denn jetzt? Und dann ja vielleicht auch noch ein Match gegeneinander. Ja, jetzt, wo du es sagst. Andererseits hat Michael Cole das nicht explizit zugesagt. Deswegen ist das ja nur meine schlaue Vermutung. Er hat nur gesagt, das Match endet, wenn beide Sets runter sind. Er hat nicht gesagt, dass diese Konstellation entstehen könnte. Und er hat es halt auch, die haben es auch nicht groß gefeatured. Er hat es halt nur so nebenbei gesagt. Ja, so wie Roman Reigns könnte er vielleicht auch am Sonntag seine Karriere beenden. Ja, das kann ja passieren. Werden wir ja sehen. Vielleicht kriegt Roman Reigns ja auch wieder seine alten Gürtel, blauen und schwarzen. Und dann werden die auch wieder getrennt. Und dann ist am Ende Sets wohl ins Dreifach-Champion. Das ist jetzt schon. WrestleMania, alles ist möglich. Oder Damien Priest findet seinen Koffer. Nee, das macht er nicht. Und wenn doch, dann ist es der Fall schon. Dann ist da irgendwas von Atrus drin. Und ja, Roman Reigns und The Rock, die verstehen sich Backstage jetzt wunderbar im nächsten Segment. Es ist so lustig, er macht sich derweil warm. Und jetzt kommt's. Hall of Fame am Samstag, nach Smackdown. Also bei uns am Samstag. Also in der Nacht von Freitag auf Samstag nach Smackdown kommt direkt der Hall of Fame. Und da wird es so sein, dass Paul Heyman indaktiert wird. Eingeführt wird. Ich will immer induziert sagen, aber das passt nicht. Also der wird eingeführt und zwar von keinem Geringeren als Roman Reigns. Und gleichzeitig ist in der gleichen Show nämlich die Oma von The Rock, Lea Malvia, ja, Lea Malvia, eine der ersten weiblichen Promoterinnen überhaupt, die wird von The Rock induziert. Jetzt sag ich das schon wieder. Eingeführt. Das heißt, wir haben The Rock, wir haben Reigns, wir haben Heyman. Nur Cody Rhodes ist es nicht. Der ist ja nicht freigegeben. Das heißt, Cody Rhodes wird auf keinen Fall auftreten bei der Hall of Fame. Oder? Auf gar keinen Fall wird er da sein. Also kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich habe ein bisschen Angst. Ganz im Ernst. Du darfst ja auch nicht vergessen. Lea Malvia heißt sie? Tia? Oder Lea? Ja, Lea. Lea, Lea, Lea. Lea Malvia. Okay. Also, das wurde ja schon lange spekuliert, dass sie auch mit reinkommt. Ehrlich gesagt, ich kann nichts über die Frau sagen. Ich weiß sehr wenig über ihre Geschichte als erste weibliche Wrestling Promoterin auf Samoa. Da weiß ich nicht, was sie gemacht hat. Ist sie die Ehefrau von Peter Maivia gewesen? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das recherchiere ich mal nebenbei. Ich recherchiere das nebenbei. Nein, nein, sie ist die Großmutter mütterlicherseits. So viel kann ich sagen. Und Peter Maivia war doch väterlicherseits, oder nicht? Guck das nach. Ich kann bis dahin sagen, dass ich mich auf diese Hall of Fame freuen werde. Denn sie ist immer toll und auch nie zu lang. Doch, sie war die Frau. Doch, sie war die Frau. Guck, siehst du, dann wissen wir doch sonst schon. Nicht der Heidschief, sondern die Frau vom Heidschief. Also die Heidschiefin. Und sie hat in einer folgenden, folgenden Magnum mitgespielt. Guck, da haben wir es doch. Ja, das wirkt jetzt ein bisschen respektlos von uns. Aber es ist halt, man hat es ja auch nicht groß in der Show gezeigt. Und dafür ist doch die Hall of Fame da. Ich gucke mir das an. Ich gucke mir die Speeches an und dann kenne ich sie danach doch auch. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich habe einfach viel zu viel Angst. Sind da Fans anwesend? Wird es wieder so sein, dass es über diese Smackdown-Ausgabe ist? Aber hoffentlich kommt dann keiner rein und versucht, die Show zu hijacken. Jedenfalls, ich habe keinen Bock, dass das eine Bloodline, da ist jetzt die Heat die ganze Zeit, dann wirkt doch der Moment für die arme Frau gar nicht so sehr. Und auch irgendwie für die Familie. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe nichts dagegen, dass Roman Reigns Paul Heyman in die Hall of Fame einführt. Wobei ich schon denke, dass es da andere, passendere Möglichkeiten gegeben hätte. Ich will jetzt nicht unbedingt von Tommy Dreamer anfangen. Der hätte wahrscheinlich auf der Bühne angefangen zu flennen. Aber Baba Ray Dudley ist vielleicht jetzt auch nicht jemand, der das Spotlight braucht. Aber es gibt schon, Raven zum Beispiel wäre jemand gewesen, der mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Speech hätte erhalten können. Und der eben auch nicht so viel im WWE-Kontext einfach zu tun hat. Ich habe einfach Angst, dass die Fans die ganze Zeit irgendwelche Chants machen bei der Zeremonie. Und da sollten Leute geehrt werden. Und da habe ich keinen Bock auf Storylines, ehrlich gesagt. Ja, die werden das ja auch mitbestimmt haben und gesagt haben, das ist okay. Vor allem, weil Paul Heyman ist sowohl der Letzte, der da was dagegen hat. Also das ist ja, da wird was passieren. Letztes Jahr und da war es auch schon, da haben auch viele gesagt, warum ist das so? WWE Hall of Fame hat Ray Mysterio, so heißt es da mittlerweile. Und da war ja auch diese kurze Geschichte mit Dominik, der dann so rausgegangen ist, so aus Protest mit Drew Ripley. Und da war es schon ein bisschen too much für einige. Aber ich finde, es ist immer noch resting. Es ist immer noch eine erfundene Veranstaltung, diese Hall of Fame, wo irgendwer Wexit entscheidet, dass der da drin ist. Und dann stört mich das nicht, dann sollen sie gerne was machen. Das muss ja nicht zu viel sein. Ich glaube, am Ende werden wir dann trotzdem eine Paul Heyman und eine Lia Maivia Ehren ausreichen. Und dann ist ja auch noch viele andere, die da reisen. Bullakane zum Beispiel wird auch toll, freue ich mich drauf. Also das, ich gucke es mir auf alle Fälle an. Ich muss aber auch sagen, dass es auch immer relativ lang ist. Die letzten Jahre hat man, glaube ich, keine Laudatoren mehr gemacht, meine ich. Oder zumindest das eine Jahr, wo diese Doppel-Roller-Fame war, das war so ein bisschen knackiger, dass es dann einfach schnell reinging. Aber ich gehe davon aus, dass es wieder im Ring ist, wie die letzten Jahre. Vorher war ja immer die Stage vorne und dann hat man das extra nochmal alles anders bestuhlt und so. Und dann saßen die dahinter. Und jetzt hat man es neuerdings im Ring. Und du hast es schon angesprochen, da war diese unschöne Szene, wo dann Bret Hart attackiert wurde, zum Glück nichts passiert. Aber so wird das dieses Jahr, denke ich, auch sein. Aber wir haben natürlich keine Informationen, wir spekulieren nur. Schauen wir mal. Was wir jetzt schauen, ist ein wunderbares Segment. Ich sage gleich warum. Also eigentlich sagt der Wörter gleich warum, weil ich weiß, dass der das auch gut filmiert. 7.49 Uhr war es, ganz, ganz früh am Morgen. Da ist Sammy Zane nicht zur Halle gefahren, sondern zu Chad Gable ins Performance Center. Aha. Jetzt habe ich mir so überlegt, das ist in Orlando um 7.49 Uhr und die Show ist in New York. Ist ein bisschen wehig. Aber Sammy Zane kriegt das auf alle Fälle hin. Und zwar machen wir jetzt ein Videostudium. Es ist hartes Cardiotraining, denn Chad Gable möchte den Sammy Zane zeigen, wie man gegen Gunther gewinnt. Das Problem ist, am Ende dieses Trainings, Sammy Zane kann nicht mehr und er tappt gegen Chad Gable aus. Den dann so den Sleeper holt, völlig überraschend. Und dann sagt Chad Gable, mein Freund, Gunther würde auch nicht aufhören an der Stelle. Wo ist denn dein Hunger? Und dann geht es noch rein. Und dann sagt Sammy Zane, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass sich die Leute enttäuschen und ich habe auch Angst, dass ich mich selbst enttäusche. Und dann hat Chad Gable, ich habe dir gesagt, du kannst Gunther nicht schlagen. Das habe ich nicht gesagt, weil ich das so toll finde. Ich habe das gesagt, weil das ist, was du hören müsstest. Du bist am besten, wenn keiner an dich glaubt. Und dann geht es jetzt wieder ins Training. Zweite Runde, noch härter. Und Sammy Zane, er schafft es. Zack. Und diesmal kommt Sammy Zane auch raus am Ende. Er hat trainiert. Es ist wunderbar. Und jetzt gleich kriegt er auch ein Match gegen Bronson Reed. Die zweite Chance. Ein Second Chance Match. Wird es da besser laufen. Und das alleine. Dieses kleine Segment mit Chad Gable. Der Mentor auf der Heldenreise von Sammy Zane. Das hat mir so viel gegeben. Ich fand das so toll. Ich hoffe, du fandst das auch toll. Sonst war meine Anmuration blöd. Für mich war das... Diese kleine Storyline, dieser kleine rote Faden, den sie bei dieser Raw-Ausgabe aufgeführt haben, war für mich echt ein Wellendritt. Ich habe dieses Segment geliebt. Ich würde jetzt spekulieren, dass es produziert worden ist von Jeremy Borash. Mal gucken, ob das jemand herausfindet, ob das wirklich so war. Weil der ist ja schon seit einigen Jahren jetzt bei WWE und ist auch für viele Backstage-Segmente einfach zuständig. War früher bei TNA kreatives Mastermind, der Typ. Wirklich, was so eine Segmente einfach angeht. Großartig gedreht. Und dann dachte ich mir, boah, stimmt. Der hatte ja letzte Woche hat er gegen ihn verloren. Und die wollen jetzt schon den Redemption-Arc machen. Ich hatte so Angst, dass jetzt einfach... Er klatscht den in drei Minuten weg und damit... Also Spoiler, das wird nicht passieren. Das Match war ein bisschen kompetitiver als das, wie ich es erwartet habe. Ich habe gedacht, die machen sofort den Redemption-Arc, um ihn jetzt nochmal vor WrestleMania richtig krass groß dastehen zu lassen. Und ich hatte so Angst davon. Ich dachte mir, wie kann man so eine geile Geschichte mit einem Segment so geil erzählen und sofort im nächsten Segment wahrscheinlich verkacken. Aber das ist nicht passiert. Weil, Spoiler vorweg, hier hat man einen richtig geilen roten Faden für diese gesamte Geschichte erzählt. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ja, weil diese Story ein bisschen komplexer geworden ist. Also die ganzen letzten Wochen haben wir gesagt, ja, das mit Sami Zayn ist halt zu spät entstanden. Und es funktioniert noch nicht so richtig bei uns. Aber jetzt, da hat man vieles richtig gemacht. Dass Chad Gable, wir haben ja gehofft, dass er es wird, der Gunther entthront. Und die Story ist ja da. Aber es ist dann vielleicht auch wieder so ein bisschen Teserstreifen. Weil er hat es jetzt mehrfach nicht geschafft. Und jetzt dann doch ist es so einfach. Und so wird er halt der Mentor, der Trainer für einen anderen. Also jeder, der Wrestling verfolgt, der die WWE verfolgt, wird sagen, Sami Zayn hat das verdient. Und damit ist er in der Rolle schon drin. Und jetzt, Chad Gable macht dann wunderbar den Mentor. Müssen wir gleich gucken. Kurz ein Einspieler noch zum Judgment Day im Clubhouse sitzen die jetzt. Da kommt jetzt die ganze Liga-Nodel-Fantasma vorbei. Alle, alle Mexikaner dabei. Für Damien Priest ist das jetzt schon zu viel. Rampree sagt, Dominik, was du hier machst, das muss besser kommuniziert werden. Und dann wird gemeinsam Darts gespielt. Ist jetzt nicht so wichtig. Chad Gable guckt sich jetzt das Match am TV an. Sami Zayn hat tatsächlich alles im Griff. Aber genau wie letzte Woche setzt sich Bronson Reed dann mehr und mehr durch. Denn er ist halt der große, starke Mensch. Und bei Sami Zayn, im Fußball würde man jetzt sagen, der hat eine ganz andere Körpersprache drauf. Man sieht das. Der hat es jetzt. Der hat trainiert. Siegermentalität. Die kann man erkennen. Und diesmal geht der Tsunami ins Leere. Und jetzt ist so, was du gerade gesagt hast, er auch befürchtet, dass der Sami Zayn jetzt einfach gewinnt. Und dann, yay, Sami Zayn hat gewonnen und alles ist toll. Und jetzt kann er auch runterschlagen. Nein, es ist nicht so. Denn nach dem Tsunami soll der Helluva-Kick kommen. Und in diesem Augenblick kommt ein Gunter rein. Und wir alle hassen Gunter jetzt an dieser Stelle. Denn er kommt nicht alleine rein, sondern er hat einen Chad Gable im Gepäck, den er da so rauszieht. Also es ist quasi eine, naja, es ist keine Leiche, aber er ist nah dran. Und dann ist jetzt Sami Zayn. Wie reagiert er drauf? Eigentlich hat er ja im Kopf, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss mich jetzt auf Bronson Reed fokussieren. Aber da ist die Freundschaft da. Er geht dann schon nochmal raus. Er rennt hin. Das heißt, er hat doch noch nicht seine Dämonen besiegt. Aber in dem Fall kann es jeder nachvollziehen. Und dafür wird er jetzt von Gunter vermöbelt. Bam, bam, bam. Der Böse. Scheiß was drauf mit. Die Matte ist heilig und wir sind alle Sportsmänner. Egal. Gunter, out den. Ich höre keinen Bimmeln. Das heißt, das Match, der Ref hat auch aufgegeben an der Stelle. Match läuft noch. Sami Zayn, der steht wieder auf. Und das war ein toller Moment. Er liegt schon am Boden. Und jetzt hat er gelernt, ich stehe wieder auf. Naja, und dann kommt der Gunter und haut nochmal mit dem Gürtel drauf. Und geht dann lächelt weg. Sami Zayn liegt am Boden. Und das ist die Story kurz vor WrestleMania 40. Bruder, ganz im Ernst. Wer auch immer der Agent hier war, wer auch immer die Storywriter dahinter war, das war Gold. Das war alles wirklich creme de la creme. Das war was, wie man es gar nicht von WWE erwartet. Ich gucke WWE seit WrestleMania 6. Ich würde schon sagen, dass ich tendenziell eher, wenn eine Story sich entwickelt, richtig rate, in welche Richtung die sich entwickelt bei WWE, als dass ich falsch rate. Ich will damit nicht arrogant klingen. Das kommt einfach dadurch, dass ich eben so lange und so viel Wrestling gucke. Dass ich denke, dass ich Booking vorhersehen kann, teilweise. Ich bin hier absolut überrascht worden. Wie gesagt, von diesem kleinen Video, wo ich danach dachte, wie kannst du jetzt das Match bringen, wo ich letzte Woche noch gesagt habe, du hast den nächsten Herausforderer. Ja, ich habe gedacht, gut, er besiegt vielleicht Gunter, holt sich den Titel bei WrestleMania. Und danach hast du Brons und Reed, weil Brons und Reed sagen, das wäre klassisches WWE-Booking gewesen. Nein, hier kriegst du nicht mal ein Ergebnis. Das heißt, die Geschichte kannst du weiter erzählen. Plus, du kriegst nicht mal wieder ein Ende, dass Gunter einfach nur reinkommt und ihn ablenkt. Und Sami vielleicht durchdreht, deswegen rausgeht, ausgezählt wird. Er hat auch noch seinen Mentor zusammengeschlagen. Du bringst Gunter auch noch over als der fucking Badass, der er ist. Du bringst die Beziehung zwischen Chad Gable und Sami Zayn over. Ich habe gedacht, ja gut, nach WrestleMania, vielleicht dann Sami holt sich den Titel, dann wird Chad Gable wüten und turnt gegen ihn, weil Sami das geschafft hat, was er nicht geschafft hat. Auch eine klassische Geschichte. Aber du hast hier schon wieder eine ganz andere Dynamik. Sami Zayn und Chad Gable sind jetzt Blutsbrüder bis ans Ende ihres Wrestling-Lebens, weil das ist ein Segment, was die beide zusammenschweißt. Das wirst du nicht mehr vergessen. Auch, dass er ihm da zur Seite gestanden hat. Die haben es wirklich geschafft, innerhalb von zwei, drei Wochen das zu einem Match zu machen, auf das ich mich mit am meisten bei WrestleMania freue. Unglaublich. Wirklich Glückwunsch an alle Beteiligsten. Das war mit das Beste, was ich jemals bei Raw gesehen habe. Vom Geschichten erzählen. Jemals. Ja, krass. Das ist doch schön, dass du dir das gefallen hast. Mir hat es auch sehr gut gefallen. So weit würde ich nicht gehen. Also ich finde es immer noch ein bisschen hingedruckt. Aber jetzt am Ende diese Wendung auf alle Fälle. Und wie man es produziert hat und wie man es erzählt hat, dafür, dass man nur noch eine letzte Chance hatte. Die allerletzte Chance, eine Viertelstunde, 20 Minuten, wie lange das gegangen ist. Und dafür haben sie das Optimum rausgeholt, definitiv. Und Sami Zayn und Chad Gable, das kann ja am Ende noch in Tech-Team führen oder was auch immer. Ich glaube sogar, sollte Sami Zayn gewinnen, dann wäre Chad Gable trotzdem erstmal dabei und möchte sagen, jetzt möchte ich Gunther auch noch besiegen. Wahrscheinlich ist da dann erstmal das Augenmerk. Dann hast du das Match, dann hast du Zayn und dann hast du Gable und vielleicht Bronson Reed auch noch mit rein, weil er jetzt auch gewonnen hat. Zumindest einmal. Das zweite Mal war jetzt ein No-Contest wahrscheinlich offiziell. Auf uns eigentlich die klarste DQ aller Zeiten war. Der Ref guckt sogar hinten an der Einstellung und sehen wir das. Aber das ist nur am Ende. Also ich habe es auch sehr toll gefunden und ich freue mich jetzt definitiv mehr auf dieses Match als vorher. Und ich sage das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Während dieses Matches, Gunther und Sami Zayn, das sind zwei Könner, das sind zwei Künstler im Ring. Die werden uns während dieses Matches schon dahin führen, dass wir uns am Ende einfach nur freuen, wenn dieser Moment passiert. Oder es hassen, wenn er nicht passieren wird. Und mehr kann man dann auch nicht mehr aufbauen. Deswegen fand ich das auch sehr, sehr stark gemacht. Jay Usso ist jetzt Backstage mit Lil Wayne. Kenne ich jetzt natürlich wieder nicht. Das ist wahrscheinlich der kleine Bruder von Big Wayne oder irgendwas. Also irgendwas mit Grammy. Es ist ein Musiker. Wahrscheinlich ist das Genre nicht Operette, würde ich sagen. Aber der sitzt auch einfach nur auf einer Kiste rum. Keine Ahnung, wer den reingelassen hat. Es wird auf alle Fälle Yeet gemacht. Lil Wayne, ich tue ihm Unrecht. Wahrscheinlich ist das ein ganz, ganz toller 100 Millionen Alben verkauft. Auf alle Fälle ist der in irgendeiner Form von WrestleMania dabei. Deswegen sage ich das. Keine Show ohne Dimash Kettrill, denn die erreichen 15.11 Uhr, die Örtlichkeiten. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass man gezeigt hat, dass wir ankommen, muss man auch mal sagen. Und jetzt, hast du jetzt rausgefunden, du googelst gerade, hast du Lil Wayne? Ist das dein Favorit? Ne, ich weiß, wer Lil Wayne ist. Ich frage mich nur, wann der relevant war, weil das ist wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, 2004 oder so. Lollipop hatte der so einen Song. Das war halt so, heute hast du viel Mumble Rap. Ja, so Rapper, die und so rappen. Und er war eigentlich einer der Ersten mit Autotune. und die damals so Mumble Rap gemacht haben. Mumble Rap? Ja. Mumble Rap. Ich mache jetzt das. Kennst du, es gab von Kevin Rudolph mal einen Song. Let it rock, let it rock, let it rock. Der hatte auch irgendwann mal einen Song, der war auf dem WWE. Let it rock, ja. Und das war mit Lil Wayne. Anywho, was ich mich gefragt habe, ist, warum ist irgendein Rapper, der vor 20 Jahren das letzte Mal relevant war, da? Das habe ich mich einfach nur gefragt. Deswegen wollte ich den mal googeln. Ja, also verzeiht mir, ihr kennt ihn natürlich alle besser als ich. Und das ist jetzt auch gar kein Problem, aber Mumble Rap, wir machen es immer so mal. Wir könnten ein System machen. Ich mache jetzt Mumble Rap, denn wir haben jetzt Ivy Nile und Maxine Dupree. Indy Hartwell, Candice LeRae sind die Gegnerin, ein moderner Klassiker. Inzwischen haben wir da. Indy hat inzwischen mitgekriegt, dass bei Candice etwas nicht ganz fit läuft. Normales Match, doch dann kommt Indy im Ring. Und Candice wirft Ivy Nile raus vom Top Rope. Das ist verboten. Indy ist mental komplett abwesend, wird von Maxine Dupree eingerollt und kriegt zusätzlich noch eine Standpauke von Frau LeRae Virgil. Ja, drei Minuten geil genutzt. Drei Minuten geil genutzt. So genau nutzt man Zeit vor WrestleMania, um mal richtig zu zeigen, wie wichtig die Women's Division ist. Okay, ich höre jetzt auf. Ganz im Ernst, ich will mich nicht schon wieder aufregen. Also ich habe mich letztes Mal schon drüber aufgeregt, niemanden interessiert diese Geschichte. Irgendwann wird es einen Payoff geben, der auch keinen interessiert. Ich frage mich, seit wann sind denn Damage Control? Haben die jetzt einen Blanko-Vertrag bekommen eigentlich, dass die jetzt jede Woche vorbeikommen dürfen? Was passiert denn? Im Tekken-Gürtel. Das dürfen die. Aber doch nicht alle von denen. Die sind doch nicht alle Tekken-Gürtel. Doch, alle, 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 die da mit dabei sind. Du kannst dir doch so eine Eintrittskarte kaufen, dann bist du auch beim Damage Control dabei. Nee, war schön. Und jetzt The Rock und Roman Reigns, die werden vor WrestleMania bei Jimmy Fallon sein. Jimmy Fallon ist der zweitbeste Jimmy. Da gibt es ja Jimmy Kimmel noch. Also der drittbeste nach Jimmy Uso. Es gibt noch Jimmy Stewart, ist mir eingefallen. Und Jimmy Blue Axe von Knecht. Das sind so die fünf besten Jimmys aller Zeiten. Haben wir jetzt zitiert, das ist auch geklärt. Seth Rollins ist jetzt Backstage. Jay Uso kommt vorbei und will ihn heute unterstützen bei diesen Bloodline Rules. Wunderbar, da wird jetzt ein bisschen abgesprochen. Das ist toll. Und jetzt, hoho, Drew McIntyre. Drew McIntyre ist an einem Sarg. Uiuiui, traurig. Der hält eine Trauerrede auf CM Punk. Look in my eyes, what do you see? CM Punk has no match in Philly. Das reimt sich so gerade so. Die Welt hat das Match eines Gescheiterten bei WrestleMania verloren, sagt er uns. Eigentlich ganz lustig, aber es ist eine Trauerrede, deswegen ist das nicht lustig. Seth Rollins ist ein gebrochener Mann und auch er wird verlieren und sein Gürtel und Armen. Und ich fand, auch das war richtig gut gemacht. Weil Drew McIntyre, was soll er jetzt noch machen? Und Rollins hat eine andere Rolle heute. Das war interessant, das war kreativ. Und generell würde ich sagen, schon mal als kleines Fahrzeug, diese Show heute war kreativ. Ja, nicht nur diese, also ich meine auch letzte Woche. Diesmal ist mir wenigstens keine Kamerafahrt richtig krass ins Auge gefallen, wo sie mal so drei Minuten so eine Kameraeinstellung die ganze gehabt hätte. Vielleicht hatten sie wieder genug Kameramänner da. Aber auch dieses Segment, wie das Sami Zayn-Segment, interessant gedreht, interessanter Inhalt. Weiß ich jetzt nicht, ob das für die Go-Home-Ausgabe das krasseste ist, was man jetzt mit Drew McIntyre eben an dieser Stelle erzählen konnte. Aber es war immerhin ungut gemacht. Und noch zu den Sachen davor, Nummer eins. Ich finde es gut, dass The Rock übrigens seinen Cousin auch ein bisschen mitschleppt, auch durch so Talkshows und so. Weil es einfach seinen Cousin auch legitimiert als Star. Das darf man nicht vergessen. The Rock ist einfach ein Superstar. Also ich glaube, jeder Amerikaner kennt irgendwie The Rock. Ich glaube nicht, dass jeder Amerikaner Roman Reigns unbedingt kennt. Oder Joe, wie heißt er mit Nachnamen? Leati? Habe ich schon wieder vergessen. Da ist er Anuayi. Ja, so weißt die doch alle. Ja, also deswegen, das denke ich mir einfach. Und zwischendurch, glaube ich, gab es noch irgendwie so eine kleine Einspielung. Da war ich ein bisschen überrascht. Natalya hat über ihr Lieblings-Rasselmania-Match geredet. Über ein sehr, sehr gutes Match. Bret Hart gegen Owen Hart. Ist jetzt auch nicht so oft, dass man Owen Hart so irgendwie im Kontext von der WWE-Show sieht. Von daher. Ja, ja. Ist ja so ein bisschen Familie bei ihr. Und sie hat Tick-Nocks verloren. Dazu dann gleich auch mehr. Ja, es war eine Snickers-Werbung. Deswegen habe ich es nicht erwähnt. So. Aber der Ricochet, den erwähne ich jetzt. Ricochet hat Lunte gerochen. 3 zu 0 steht es jetzt gegen Dominik und gegen JD McDonough. Jetzt will er den Rest von Judgment Day auch noch besiegen, sagt Michael Cole. Und deswegen ist jetzt das Match-Ricochet gegen Ivar. Ist halt. Aber was soll's. Valhalla ist nicht da. Geweih ist nicht da. Beide, und das ist jetzt die Neuigkeit, beide sind beim kleinen André dabei. André The Giant, Battle Royale, Memorial. Und es heißt jetzt offiziell dann doch WrestleMania-Smackdown. Also das ist neu. Ricochet wird genauso behandelt wie Sami Zayn von Bronson Reed. Das habe ich mir aufgeschrieben. Nur, dass sich Gunther nicht für Ricochet interessiert. Deswegen gewinnt Ricochet dann auch. Schade für die Nation der Wikinger, aber gut für die Rickaholics oder wie er seine Fans nennt. Ich möchte aber sagen, die Halle ist auf alle Fälle mega dabei, als wäre das schon WrestleMania. Und bei dem, was ich gesehen habe, ist das auch mein Match of the Night. So viel Zeit muss sein. Ne, mein Match of the Night ist das auf gar keinen Fall. Ich war ganz im Ernst. Ich habe letzte Woche schon gesagt, wenn dein Match of the Night ein kontextloses Match zwischen Ricochet und JD McDonough ist, dann, letzte Woche habe ich noch gesagt, ja, ich kann das nicht diese Woche wieder machen. Sorry. Weil dann haben wir dieselbe Diskussion, die wir auch letzte Woche hatten. Dann haben wir vielleicht ein Raw mit guten Segmenten zwischendurch, wo vielleicht ein bisschen was passiert. Aber wieder irgendwelche Matches, die einfach nur stattgefunden haben. Ich will nicht bestreiten, dass die abgecatcht haben. Aber ich gucke hier nicht, AEW, Rampage, bei allem Respekt. Mir ist es egal, ob da ein guter Tag-Team-Wrestler und ein guter Singles-Wrestler ein bisschen miteinander abcatchen in zehn Minuten. Die Geschichte muss ein bisschen mehr sein, als du hast einen Tag-Team-Wrestler, der die letzten acht Monate alles verloren hat als Singles-Wrestler und einen Typen, der jetzt mal anstatt fünf Minuten wrestlen darf, zehn Minuten wrestlen darf. Nein, das ist mir einfach zu wenig. Ja, es war ein schönes, angenehmes Match, aber viel, viel mehr kannst du dazu gar nicht sagen. Es ist vollkommen irrelevant. Niemand auf dieser Welt wird sich an dieses Match erinnern. Ich glaube, dass die Leute sich eher an die Matches bei WWE Speed erinnern werden, als an das da. Oh, WWE Speed ab Mittwoch. Ganz kurze Matches. Kurz und knackig. Vielleicht machen wir eine WWE Speed-Review einfach so, weil wir es können. Und dann reden wir einfach länger als die Show. Ganz im Ernst, mit Ricochet da. Also, ich kann mir nur vorstellen, und deswegen meine Tagessuppe. Manchmal, du hast ja auch schlechte Restaurants, die einfach dieselbe Suppe von letzter Woche nochmal aufwärmen. Ist Ricochet. Und ich habe erst gedacht, Andre the Giant Battle Royale gewinnt Ricochet. Deswegen bekommt er jetzt den Push. Nein. Er wird WWE Speed-Champion. Das macht ja auch Sinn. Ricochet muss der erste Speed-Champion werden. Ist der erste Champion of Speed. Und deswegen stellt man ihn jetzt gut dar. Ja, super wird das. Ich bin nur gespannt, was da dein Match of the Night wird. Also, ich verstehe ja, was du sagst. Also, bis jetzt hatten wir ein Match ohne Ende. Wir hatten das mit Maxime Dupree, was ich gerade durchgerrappt habe. Und wir hatten noch das mit Judgment, der was abgebrochen wurde, weil sich Gargano vielleicht verletzt hat. Vielleicht auch nicht. Gleich haben wir noch ein Match, was abgebrochen wird. Naja, und dann haben wir eins mit Tegan Nox. Also, ich bin mal gespannt, was es wird. Ich frage dich aber jetzt, wie haben eigentlich Judgment, der in ihrem Clubhouse den Fernseher hängen? Denn der Fernseher ist vorne. Dahinter ist die Dartscheibe und dann die Sitzecke. Das heißt, wer da sitzt, der kann auf keinen Fall den Fernseher sehen. Aber das ist nur mir aufgefallen. Damien Preece fragt jetzt, warum haben wir eigentlich immer noch nicht diesem Ricochet das Maul gestopft? Das nagt noch an dem. Was ist Ricochet überhaupt ein Name, sagt Finn Baler. So, das alleine ist lustig. Und jetzt kommt Andrade. Andrade könnte sich doch drum kümmern. Für mich sind das jetzt spätestens jetzt noch ein bisschen viele Mexikaner im Clubhouse. Denn du hast ja immer noch die ganze Legado dabei. Große Party heute. Und jetzt ist das Ding, wenn Andrade nächste Woche oder wann auch immer das Ricochet-Problem löst, dann ist er ein vollwertiges Mitglied beim Judgment Day. Das heißt, jetzt ist Ricochet, wir haben ihn gepusht, WWE Champion of Speed und gleichzeitig auch jetzt die Trophäe, wenn er das schafft, ne, Trophäe ist das gar nicht, aber wenn er das schafft, dann ist er auf alle Fälle Judgment Day. Will er das überhaupt? Das weiß ich nicht. Ich fand's cool, dass Sie angefangen haben, sich Fragen zu stellen. Ich hätte noch weitere Fragen gestellt. Ja? Ja, wieso haben wir das Problem mit Ricochet noch nicht gelöst? Vielleicht, weil es niemanden juckt und weil es kein Problem ist. Der turnt da einfach nur rum und catcht jetzt schon wie ein Wikinger. Vielleicht hat der den Koffer geklaut. Hatten wir nur nicht gesehen, vielleicht war das irgendwo auf Instagram. Ja, ich mein, möglich ist alles, aber man kann weitere Fragen stellen. Zum Beispiel, solltet ihr euch nicht um die Tag-Team-Herausforderung kümmern? Könntet ihr die Zeit nicht eher nutzen, um jetzt zum Beispiel mit der Legado Day Phantasma darüber zu reden, dass da andere Teams sind, gegen die sie vielleicht irgendwann mal auch gecatcht haben? Oder könntet ihr Videos studieren? Ich mein, es gibt Peacock, da könnt ihr auch mal gucken, ob da nicht die New Catch Republic vielleicht ein paar Matches drauf hat, dass man die studieren könnte. Oder ich weiß nicht, da ist ein World Heavyweight Champion, der am Ende des Tages noch ein Bloodline Rules Match hat. Habt ihr was Besseres zu tun, als euch um Andrade und Ricochet zu kehren? Ja, und nebenbei, bemerkt haben wir noch einen Roman Reigns als Champion, also den könnte er, das wird ja gar nicht angesprochen. Meine Titelträger sind da! Theoretisch. Theoretisch könnte er sich's aussuchen während dieses Matches, aber nun ja, wird er nicht tun. Die haben jetzt Ricochet auserkoren, das wird toll und Andrade macht das. Bei der Legado haben sie ein bisschen Glück, dass die Legado ihr Qualifikationsmatch verloren hat bei SmackDown, ansonsten wären die auch drin gewesen, dann wären die gar nicht da heute. Wären die nicht eingeladen, obwohl die waren sowieso nicht eingeladen. Egal, Becky Lynch. Becky Lynch steht jetzt im Ring. Ich will hier kämpfen, weil wir müssen nicht bis WrestleMania warten, Rhea Ripley kommt doch einfach raus. Rhea Ripley kommt aber nicht raus. Wer rauskommt, ist Adam Pearce, der alte Spielverderber. Nein, machen wir nicht so. Wichtiges Match, WrestleMania, werden wir nicht kaputt machen. Und er hat sogar Security-Leute dabei. Und ich glaube, es sind 15 Leute. Ich meine, Becky Lynch hat gezählt, 15 Security dabei oder mehr. Rhea Ripley kommt jetzt von hinten an, also jetzt von hinten, also sie geht eigentlich ganz normal raus, aber das ist von hinten von Adam Pearce, wo er gerade steht. Und dann sagt Adam Pearce so, nein, warte, aber Rhea Ripley wirft ihn so ihren Gürtel hin. Dadurch ist er abgelenkt. Und dann geht Rhea Ripley rein. Und sie kämpft sich durch die Security durch. Zack, und dann geht es im Regen ein Brawl. Und nach der Werbung ist der Brawl auf Backstage. Und Adam Pearce ist voll mittendrin. Und bam, und bang, und gib ihm. Und Becky Lynch gegen Rhea Ripley. Das Match konnte keinen weiteren Aufbau haben. Und dann ist es genau richtig. Kommt auf die Fresse, die beiden. Nächste Woche dann das Match. Also am Wochenende. Rhea Ripley gegen Bianca. Nee, Becky Lynch. Ja, genau. Siehst du, also ich meine, das Problem ist wirklich, das ist alles gewesen. So, das ist das letzte Feuer, was sie verschossen hatten. Und da frage ich mich halt, haben sie die, haben sie die, also ich meine, das ist eine Frage an euch alle da draußen. Könnt ihr uns ja gerne in den Kommentaren beantworten. Haben sie es für euch geschafft, eine Fäde, die sie offensichtlich seit Januar schon geplant haben, jetzt im April auf den Siedepunkt zu bringen? Und ich würde sagen, nein. WWE hat weitaus besser einen Job gemacht bei Fäden, die offensichtlich sehr kurzfristig entstanden sind. Aber um das vielleicht ein bisschen das Feuer jetzt aus der süffisant gestellten Frage rauszunehmen, wahrscheinlich, weil sie eben den Fokus vielleicht auch ein bisschen mehr drauflegen mussten. Aber es ist schon schade, im Vergleich, wenn du es siehst, wie viel einfach, ich meine, guck dir eine Midcard-Fäde zwischen Semisane und Gunther an. Guck dir an, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben. Guck dir an, auf welchen Siedepunkt diese Fäde jetzt ist. Guck dir jede andere Frauenfäde an. Sorry, dass ich wieder den Anwalt dafür spielen muss, aber ich finde, das ist zu wenig, was sie hier gemacht haben. Ich war mehr interessierter nach der Szene, die sie vorhin in dem Podcast gezeigt haben, als nach dem Segment, weil das war ein Schema-F-Segment. Ja, es war so ein bisschen Nia Jax dabei, ein bisschen Liv Morgan dabei und ansonsten viel Standardkost und eben nicht so ein Semisane-Einspieler oder was sie mit The Rock gemacht haben, dass das dann rausgeht mit dem Blut und so, wo über die ganze Welt spricht. Ja, man hat es ein bisschen kleiner gehalten. Daran ändert sich nicht. Müssen wir auch nicht jede Woche das Gleiche sagen. Ich bin nach wie vor Bock auf das Match, aber halt nur auf das Match und weniger auf die Fäde. Naja, wir werden es sehen. Warum ich jetzt gar keinen Bock habe und deswegen können wir das kurz abhaken, ist jetzt das nächste Match, vielleicht ist das ja dein Match of the Night. Dimit Kittre sagt jetzt in Form von Tego Takaai, wir sind voll stark und das zeigen wir. Bianca Belair, Naomi und Jade Cargill bei WrestleMania. Das Match ist fix. Jade Cargill hat ein WrestleMania-Match als eine von sechs Frauen im Ring. Der Who's Got Your Back-Moment bei SmackDown war das auch gewesen, wo Jade Cargill allen geholfen hat. Und ich weiß immer noch nicht, warum sie das gemacht hat, weil eigentlich könnte ihr das ziemlich egal sein. Für heute reicht es aber, dass Dimit Kittre sich mit anderen dreien anlegt und das sind in dem Fall Shayna Baster, Zoe Stark und Tegan Nox. Da ist sie. Die hat sich von Natalya gelöst, weil die ja über Oben Hart redet. Der Kota Takaai ist dabei auf der anderen Seite und Kabuki, das ist das Match. Und ich habe mir nur aufgeschrieben, das passt doch ganz gut, denn der Kota Takaai ist bei SmackDown genauso überflüssig wie Tegan Nox bei Raw und sogar Michael Cole verwechselt die während des Matches. Also das begründet quasi das, was ich gerade gesagt habe, wunderbar. Io Sky, so wie sich das gehört, ist wie immer unscheinbar daneben. Die ist einfach nur da, die macht gar nichts, die braucht nichts in den Rings. Wenn sie ihre Matches macht, sieht sie auch nicht toll aus. Nicht so toll, wie sie sein soll als Champion. Das ist meine Kritik. Und am Ende, ich weiß gar nicht, wer gewinnt, wahrscheinlich die Damage-Control, die gewinnen. Und dann haben die jetzt bald ihr Match. Ja, Damage-Control haben gewonnen. Also mal ganz im Ernst, das Match gegen die Minuten und am Ende war es, Kairi hatten den Insane-Elbow, ich glaube, gegen Tegan gesprungen. Ja, die Arme. Es war ein Showcase-Match für ein Trio, was ja bei WrestleMania auch vielleicht ein bisschen was zu tun hat. Es war ein bisschen ein Showcase generell für Damage-Control, damit sie vielleicht noch ein bisschen Heat vor WrestleMania ziehen, aber mehr war es auch nicht. Also ich will mich nicht beschweren über die Match-Zeit. Die haben immerhin auch neun Minuten bekommen. Aber im Prinzip war es ja ohne Substanz irgendein Match. Also es war halt nur da. Es hat die Welt nicht verändert, es wird die Welt nicht verändern. Hast du das Announcement davor? Hast du das noch auf dem Schirm, was direkt bei dir gemacht hat? Huge Announcement. Ne, was war das? Mit Clash of the Castle dieses Jahr. Ja, oh, ja, das kann ich sagen. Clash of the Castle ist dieses Jahr in Glasgow. Glasgow, Schottland. Das ist natürlich Drew McIntyre-Country. Diesmal wirklich WWE. Das ist kein Waliser. Das ist ein Schotter. Das ist vielleicht auch ein kleiner Spoiler. Also Drew McIntyre, bitte gewinn gegen Seth Rollins. Und dann Clash at the Caster. Zum allerersten Mal ein Premium-Live-Event in Schottland. Ist krass einfach, wie wir verwöhnt werden jetzt, ne? Mit Sachen, die hier in ... Ich meine, überleg mal, die nächsten WWE-Veranstaltungen, die angekündigt sind, sind Backlash in Frankreich, Bash in Berlin, Clash at the Castle, Money in the Bank und Summerslam erst mal so, ne? Das sind jetzt die Größeren, die jetzt so angekündigt sind. Und sehr viel Europa lasse ich. Drei Veranstaltungen alleine davon eben hier in Europa. Und dabei sind die Vorverkäufe in Amerika gar nicht schlecht. Also ich finde es einfach krass. Wir dürfen uns richtig freuen eigentlich. Gibt es jemanden da draußen, der alles mitnimmt? Gibt es jemanden da draußen, der vielleicht wirklich nach Frankreich fliegt? Wirklich auch. Ich meine, ich kenne Leute, die waren auch beim Clash at the Castle. Die sind nicht geflogen. Da haben sich die Show live angeguckt. Wird mit Sicherheit jetzt auch wieder passieren. Aber wenn du drei Monate halt später Bash in Berlin zu den Preisen hier hast, weiß ich nicht, ob sich das alle leisten können, ne? Ja, ja. Ja, nicht, dass es jetzt überhanden nimmt. Aber das glaube ich nicht. Der Hype ist schon da. Also offensichtlich ist das Konzept, dass die ihre Großen jetzt alle in Stadien machen, die großen Premium-Live-Events und dann ansonsten auch viel in Europa. Und das verleiht, oder auf der Welt, also wir hatten ja Puerto Rico zum Beispiel oder Kanada, das verleiht natürlich dann diesen kleineren Events auf alle Fälle mehr Standing, weil du immer irgendwas Lokales hast, ob das jetzt ein Bad Bunny ist oder ob das ein Sami Zayn ist oder ein Gunther ist, dann hast du natürlich die kleineren Sachen oder die nicht so Main-Events-like sind wie The Rock, werden dann natürlich besser gepusht. Und wer da hinfährt, schreit es in die Kommentare. Also dreimal WWE-Live-Premium-Live-Event möchte ich gerne sehen, dass ihr das macht. Also ich bin auf alle Fälle in Berlin und dann hört es auch auf bei mir. Aber wenn ich jetzt nicht falsch liege, mal abgesehen von NXT Heatwave, dann ist der nächste Premium-Live-Event von WWE im August, der in Amerika stattfindet, weil auch Money in the Bank ist in Kanada. Ja. Die haben erst im August wieder ein PLE in Amerika? Na krass, ne? Was? Darüber hat noch niemand geredet, oder? Oh, dann lass drüber reden. Hältst du das für ein Problem? Nee, mich wundert's einfach nur, weil eben, die verkaufen doch alles in Amerika gerade. Ticket-Vorverkauf, wir laufen gut. Die haben einen Hype da. Wieso sind die Arenen gerade so teuer, oder was? Das kann doch natürlich auch sein. Ich glaube, die elfte WWE-Show in Folge, die ausverkauft war in den USA. Ja, interessant. Ist auch ein Hauptkampf-Thema. Es gibt auch einen Hauptkampf diese Woche. Und jetzt möchte ich nämlich überleiten, denn jetzt haben wir nämlich großen Rundown von dem, was jetzt passieren wird. Während sich Solosikor sein Daumen tapet, denn gleich ist Main-Event. Da können wir das nämlich vorher durchgeben, während der Wolke das noch ein bisschen recherchieren. Denn wir haben jetzt am Dienstag NXT. Da gibt es einen NXT-Talk wahrscheinlich am Freitag von uns. Dann haben wir am Mittwoch die erste Ausgabe von WWE Speed, was immer das wird. Also es werden kurze Matches sein, so viel wissen wir schon. Am Donnerstag ist das Set-Reveal. Da sieht die Welt zum allerersten Mal, wie es aussieht in Philadelphia. Wunderbar wird das. Freitag, WrestleMania-Kick-Off. Auch das ist neu oder so. Da wird irgendwas nochmal vor der Feld. Ich weiß es nicht, Cody ist bestimmt da. Wenn der darf, SmackDown nachts, wir gucken hier, SmackDown nachts um 2 Uhr wahrscheinlich. Dann ist die Hall of Fame um 4 Uhr nachts. Wunderbar wird das werden. Samstag, Stand and Deliver. Das ist irgendwann 17, 18 Uhr, Deutschlandzeit, bin ich mir nicht sicher, weiß ich nicht. Wird es auch auf diesem Kanal eine Review geben. Dann Nacht 1 mit Pressekonferenz. Das ist am Samstag. Am Sonntag gibt es noch die Slammy-Verleihung vorher, weil immer noch nicht genug ist. Und dann nachts, dann natürlich Nacht 2, der große Moment, Roman Reigns wird gepinnt werden oder wir rasten alle aus. Und haben sie sich einiges vorgenommen, aber ich möchte mal behaupten, auch wir haben uns einiges vorgenommen. Die Preview mit Sebastian Hacklack, habe ich schon erwähnt, Fantasy Booking wird es noch geben und alle möglichen anderen Sachen auf Twitch und die Watchparty. Walscher, es ist jedes Jahr, WrestleMania, du kennst das noch nicht bei uns, aber du kannst nicht schlafen diese Woche. Das wird nicht passieren. Ja, finde ich gut, dass ich diese Woche, glaube ich, nur noch die Dynamite-Review mache und dann lasse ich euch mal alles was machen. Ihr Jungs macht das alle schon. Ihr kriegt das alle hin. Ich lehne mich zurück und ich höre mir auch die Sachen dann im Nachhinein natürlich an. Ja, natürlich machst du das. PA ist ja nach WrestleMania zwei Wochen erstmal suspendiert. In dieser Watchparty kommt übrigens auch Hook zurück. Das war ja meine Storyline auf diesem Kanal. Das werdet ihr euch dann anhören. Ich möchte jetzt noch einmal, kurz bevor wir beim Man-Event sind, die WrestleMania-Card einfach mal durchgehen. Weil du bist ja am Wochenende nicht dabei und ich weiß ja auch nicht, weil ich immer umziehe oder so. Also immer, weil ich jetzt einmal umziehe. Ich weiß nicht, wie das dann laufen wird und du kannst das auch nicht. Deswegen, lass mal gucken, weil die haben nämlich jetzt Nacht 1 und Nacht 2 festgelegt. Und jetzt genau an dieser Stelle in der Show sagen die das. Deswegen sage ich dir das auch und dann kannst du ja ein bisschen was dazu sagen. Denn wir haben Nacht 1. Rhea Ripley gegen Becky Lynch. Das ist klar. Women's World Champion. Gunther gegen Sami Zayn. Ice-T-Tal, auch Nacht 1. Wunderbar. Judgment Day. Das ist dieses Six-Pack-Leader-Match gegen DIY, gegen den Austin Shoes. New Day gegen Austin Sio und Grayson Waller. Das ist noch, habe ich was gelesen. New Catch Republic ist auch mit dabei. Und hier steht tatsächlich auch, blablabla. Making it possible for the titles to split between two teams. Ist jetzt Wikipedia, ist nicht offiziell, aber steht hier auch. Jey Uso gegen Jimmy Uso ist in Nacht 1. Dann Bianca Belair, Jade Cargill und Naomi. Die drei. Jade Cargill, wunderbar. Gegen Damage-Getrill. Dann haben wir noch die LWO, Rey Mysterio und Dragon Lee, ich weiß nicht warum, gegen Santos Escobar und Dirty Dominik Mysterio. Das wird stattfinden. Und der Main Event selbstverständlich. The Rock und Roman Reigns gegen Cody Rhodes und Seth Freakin' Rawlins. Wir werden im Detail in der Preview mit Sebastian Nacke nochmal drauf eingehen. Aber, was sagst du denn zu Nacht 1 an dieser Stelle? Vorab für alle da draußen, ich werde wahrscheinlich nur WrestleMania Nacht 1 live gucken, weil ich muss am, erstmal haben wir am Sonntag selber eine Show hier in Berlin, die GWF. Und dann am Abend gebe ich mir die Show nicht, weil ich muss am nächsten Tag arbeiten. Also nein. Ich werde mir dann die wichtigen Matches am Montagabend gönnen. Ich freue mich mega über die Kart am Samstag muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil da sind fast alle Matches drauf, die ich auch unbedingt sehen will. Also nichts gegen die beiden Singles Matches, Seth gegen Drew und Roman gegen Cody. Aber das wusste man ja, dass die Sonntag stattfinden wird. Aber was so die Midcard angeht, ganz im Ernst, ich kriege das Bruder-Duell, ich kriege Jade Cargels erstes offizielles WWE-Match, abgesehen vom Royal Rumble. Ich kriege das Intercontinental-Title-Match und ich kriege Rear gegen Becky in dieser Nacht. Das einzige Match, was mich wirklich gar nicht interessiert, eigentlich ist das LWO gegen LWO gegen, nicht LWO-Match, gegen LWO-Match, wo am Ende sowieso Kalito einen Turn machen wird. Also von daher, die zehn Minuten nehme ich mir sowieso und dann habe ich gar kein Problem. Und das, ganz im Ernst, was am Sonntag stattfindet, wird mit Sicherheit immer noch eine gute Show, die wahrscheinlich auch richtungsweisender sein wird. Aber ich nehme alles mit, was ich kriege. Ich werde im Detail noch in der Plippe drüber reden, deswegen sage ich jetzt nicht alles. Aber ich glaube, Nacht 1 ist schon die attraktivere Nacht, finde ich nämlich auch. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir nach zwei ja auch gar nicht so abgelenkt werden sollen vom Main Event, definitiv. Nach zwei sind nur sechs Matches, also vorher sieben, jetzt sechs. Seth Rodens gegen Drew McIntyre, World Heavyweight Championship, Io Sky gegen Bayley, nicht unterschätzen, es wird leider ein bisschen zu klein gemacht von der WWE, als es eigentlich ist. WWE Women's Championship, dann Alien Knight gegen AJ Styles, da habe ich gar keine Lust drauf, das wissen die Leute auch. Logan Paul gegen Randy Orton gegen Kevin Owens, US-Title, auch gut, ich hätte es lieber gefunden ohne Kevin Owens. Dann jetzt, das hat es noch auf die Kart geschafft. Nein, ein Six-Man-Philadelphia-Street-Fight, toll. Bobby Lashley, Angela Dawkins und Montes Ford gegen Karrion Kross, A-Kim und Reza, Ey, gar keinen Bock. Und dann natürlich der Main Event, Robo Reigns gegen Cody Rhodes und ich gehe jede Wette ein, dass das Bloodline-Woods sein wird. Ja, gehe ich auch von aus. das Ganze, kannst du gleich für das Tippspiel vorwegnehmen. Ich glaube, dass wir bei vielen Sachen ähnlich tippen würden. Es ist nicht so, dass Wrestling hundertprozentig klar ist. Am Ende des Tages kann immer noch ein alter 70-Jähriger kommen, gut, der wird jetzt wahrscheinlich nicht zurückkommen und alles über den Kopf werfen am selben Tag noch. Aber Sachen können sich auch verändern. Jemand kann sich in einem Match verletzen, dann kann man immer noch ein Matchende ändern oder sonst irgendwas. Und nicht immer ist die offensichtliche Geschichte die schlimmste. Nehmt egal welchen Film oder welche Serie, oft erwartet man irgendein Ende und bekommt dieses Ende und wenn die Reise zu diesem Ende gut war, dann hat man ein gutes Erlebnis gehabt. Und vielleicht sollte man so auch ein bisschen Wrestling gucken, weil wenn die Reise am Ende damit endet, dass ein blutüberströmter Cody Rhodes nach zwei Nächten der Hölle seine Familie in Arm hält und einen Titel in die Luft hält, den er seit seiner Kindheit haben will, bin ich damit fein. Weil man kann auch Geschichten mit einem Happy End schreiben und das ist vollkommen in Ordnung. Digga, wie können Aikim und Reza hier nach Europa kommen, irgendwelche Independent-Leute Geld anbieten, die alle über den Tisch ziehen und kriegen jetzt einen WrestleMania-Paycheck. Wieso rege ich mich heute so viel auf? Ich verstehe es nicht. Ja, sei doch froh, dass du bei SmackDown nicht über Karen Ross reden musst. Das ist wirklich nicht einfach und viele Mexikaner auch immer im Spiel. Ja, das ist schön, dass Matt wird auch stattfinden. Ja, und Roman Reigns gegen Cody Rhodes. Jetzt machen wir uns mal nichts vor, Cody Rhodes wird seine Story beenden. Nein, wobei, ich habe mir noch mal darüber nachgedacht. Die Story ist doch eigentlich, dass er ständig verliert und sein Vater ständig verliert und dass es eben nicht klappt. Aber ist egal, der kriegt das schon hin irgendwie und wir werden uns alle freuen und dann ist das vorbei und Cody schafft das und vielleicht aber auch nicht. Stell dir mal vor, stell dir mal einfach vor, wir wissen es ja alle nicht. Wir wissen ja alle nicht, was er in den Kulissen ist. Stell dir mal vor, Cody Rhodes ist der, ich meine, der ist ein Videogamer. Stell dir vor, der ist einfach der größte Troll auf der Welt und hat in den Vertrag reinschreiben lassen und er guckt Hunter an und sagt, wundere dich nicht über die Klausel, aber hier drin steht, ich darf und werde niemals einen World Title gewinnen, weil ich will, dass das meine Legacy ist. Dass ich immer so kurz davor war und ich kann einfach nicht. Bis an mein Lebensende und dass ich das mit ins Grab nehme. Stell dir das einfach mal, wir wissen es ja nicht. Stell dir das einfach mal vor. Wir streuen jede Woche, streuen wir neue Zweifel. Jedes Mal kommen wir mit solchen Ideen an wieder Leute. Tipp das, mach das im Tippspiel. Mal gucken, wie viele Leute wir überzeugen können. Ja, das kann natürlich sein, dass die Story von Cody Rhodes ist, dass er es einfach nie schafft. Das wäre sehr lustig. Also ich will alleine die Reaktion der Leute, ich will, dass ich das sehe im Internet. Da gucke ich mir jeden einzelnen Tweet an, wenn Cody Rhodes nicht gehört. Das wäre schon wieder lustig. Ist ein kleiner Funfact, meines Wissens auch das erste Mal, dass ein Rest of Man-Event wiederholt wird. Kann das sein? Das allererste Mal? Oder? Ja. Nein, Rock gegen Cena. Rock gegen Cena. Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Das ist mir gerade nur eingefallen. Tatsächlich, Rock gegen Cena war zweimal. Aber es ist ganz toll, weil Roman Reigns gegen Cody Rhodes und ja. Was denn mit, warte mal, also Main Events nicht, aber zumindest Sean gegen Undertaker gab es zweimal hintereinander. Triple H gegen Undertaker gab es zweimal hintereinander. Aber das waren nicht die Main Events jemals. Irgendwas gab es noch. Bestimmt gab es auch Roman gegen Rock. Gab es das nicht auch? Irgendwie sowas? Was? Seamus gegen Daniel Bryan, war das nicht auch irgendwie, dass ob die zwei... Ich weiß es nicht, vielleicht rede ich doch auf Blödsinn, das mache ich manchmal auch. Vielleicht mache ich das ja auch extra. Kann das sein. Guck das nach, Virgil. Ich möchte jetzt nämlich mit dir über den Main Event reden, dieser Show und damit auch das Letzte, was wir bei Raw sehen vor WrestleMania, denn es steht ja noch ein großes Match auf. Seth Rollins gegen Solo Secoa. Interview mit Rollins und da ist ja die Cassie Kelly ganz schön dreist, während Seth Rollins zum Ring geht und sich schon wirklich schon im Tunnel befindet. Warum machst du denn jetzt das Match, fragt die. Und er macht sowas halt. Das ist halt so sein Ding, aber er hat einen Plan B. Und dann, jetzt haben wir doch so eine Kamerafahrt, die hast du nämlich vergessen gehabt. Jetzt geht der Rollins weiter zum Ring und dann sitzt da Drew McIntyre und grinst nur. Und er sagt, Drew Rollins, ich bin noch nicht tot und dann sagt Drew McIntyre noch nicht. Das fand ich ganz cool, weil mehr musste Drew McIntyre auch nicht mehr machen. Und dann sehen wir von hinten jetzt die Entrance von Seth Rollins, der jetzt im Ring ist. Alle, wow, 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 wow. Jetzt Match. Es ist ein Bloodline Rules, aber Michael Cole sagt, es ist Bloodline Rules, anything goes. Und damit ist schon geklärt, was es eigentlich ist. Genau das, was jeder gedacht hat. Alle dürfen eingreifen. Es ist das erste Match nach der Verletzung von Seth Rollins. War ja gegen Jinder Mahal das letzte andere Zeit. Wirklich ganz andere Zeit gewesen. Meine Frage ist, wie lange wird es dauern, bis es zu den Bloodline Rules kommt? Das ist jetzt die große Frage. Solo Sikoa ist erstmal alleine da, weil die Bloodline ist auch ein bisschen blöd, weil die denkt, Bloodline Rules reicht ja auch, wenn wir später kommen. We won Tables, mag ich nicht, aber die kamen dann auch später. Jetzt schmeißt der Seth Rollins den Solo Sikoa mit einem Stuhl nach dem nächsten voll im alle Gesicht rein. Und jetzt gibt es einen Samoan Drop von Solo an Seth Rollins vom zweiten Seil durch einen ersten Tisch. Dafür geht dann aber Solo durch einen zweiten Tisch mit einer Powerbomb und dann kommt der Stomp und dann kommt Jimmy Uso und dann ist nämlich jetzt vorbei. Das Match, das zweite Match heute, was weder ein Ringbimmel noch ein No Contest noch ein No DQ oder irgendwas hat, denn dieses Match ist jetzt einfach vorbei und die Blatternwulz setzen ein. Denn als Jimmy kommt, kommt Jay und dann verprügeln die sich so ein bisschen. Es wird ein bisschen geteased, Yeet und dann ist ganz lustig, dann gehen die hinten raus, so durch die Entrance-State gehen raus und dann fliegt der Jay wieder rein, weil jetzt kommt The Rock, der hat den einfach so weggefegt und dann kommt The Rock und als The Rock dann kommt, kann ja nur noch einer kommen, aber der ist ja heute gar nicht da. Die haben doch gesagt, der ist nicht da und dann kommt Cody Rhodes tatsächlich. Ja, er kommt die Dumpfbacke des Tages, kann ich jetzt schon sagen. Denn es gibt ein Brawl jetzt mit The Rock und dann soll es ein Crossroads durchs Pult geben an The Rock, aber Roman Reigns, wo kommt der denn auf einmal her? Der hat auch nicht gewusst, dass Blatt bei Rules ist. Der kommt unterm Ring hervor, Roman Reigns. Ja, hätte die ganze Zeit daneben stehen können, wäre es nie so weit gekommen. Die Halle aber komplett am Ausrasten. Also wirklich, das ist wirklich ein tolles Segment. Superman Punch jetzt im Ring an Rollins, ein Spear an Cody Rhodes. Es gibt eine Umarmung des Tribal-Steaks mit dem Final-Boss. Die mögen sich wie nur was. Gürtel-Action, die beiden Bösen. An beide, an Rollins, Bamms und an Cody Rhodes, Bamms. Das sind also die Bloodline-Rules. Wunderbar. Damit wartet Solo-Sicoa weiterhin auf seinen ersten Sieg seit John Cena. Am Ende werden zwei Gürtel hochgehalten, Roman Reigns mit seinem richtigen Gürtel und The Rock mit seinem Quälgürtel. Und das ist das Ende von Raw und ich bleibe dabei. Also The Rock, Cody Rhodes ist die Dumpfbacke, weil das war ziemlich blöd von ihm und der Golde Goldpok in Gold geht natürlich an The Rock, weil besser kann man das nicht machen. Wunderbar. Raw ist zu Ende, nun gebt euch die Hände, wir gehen jetzt zu WrestleMania. Ach, da steckt so viel drin, worüber man noch reden muss. Also erstmal Bloodline-Anything-Ghost-Match. Heißt das, gibt's auch ein Bloodline-Leader-Match, Bloodline-Casket-Match, Bloodline-Gauntlet-Match, Bloodline-Royal-Rumble vielleicht auch? Ja. Also ich dachte sowieso, Bloodline heißt, die können machen, was sie wollen. Es gibt eine Sache, die dieses Segment wirklich abgerundet hätte, die wirklich, wo ich gesagt hätte, ja, das war ein okayes Segment zu, das ist ein Boss-Segment, das ist ein Final-Boss-Segment. Fällt dir ein, welche Sache das hätte sein können? Ich vermute, es ist nicht Dominik Mysterio. Nee, weiß ich nicht. Nee, es ist auch nicht Sami Zayn, der, ich meine, der hätte ja auch seinen Freunden helfen können. Da ist doch noch was offen, ne? Ich sag dir, ich sag dir auch, wie man die Heat unter Scheinwerferlicht auf einen anderen Protagonisten und so weiter, wie man die Heat hätte konzentrieren können, wie man alles nochmal am Ende darstellen können und vor allem den Fokus nochmal darauf legen können, was bedeutet ein Bloodline-Match? Stell dir vor, am Ende hätte Solo Sikora einfach wirklich Seth Rollins gepinnt. Ja. Wirklich ein visueller Pinfall. Das Letzte, was du siehst, ist Solo Sikora legt sich auf ihn. Nach diesem ganzen Carnage, fünf Minuten lassen die sich feiern, dann noch der Pinfall, eins, zwei, drei, ist ein Non-Title-Match. Wenn Seth Rollins seinen Titel verteidigt, hast du danach jemanden, der ihn herausfordern könnte. Solo Sikora hätte, 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 hätte seine, seine Doßstrecke hätte er beendet und du hättest eben gezeigt, Bloodline-Rules heißt, wir entscheiden, wann das Match zu Ende ist. Nicht, oh, es ist jetzt wieder ein No-Contest. Ich meine, wir haben gerade erst ein No-Contest gesehen, ist scheiße, wenn zwei Matches bei einer Show als No-Contest sind. Das wäre so einfach gewesen, am Ende einen Referee zu zwingen, als Arschloch, dass du bist, zähl den Pinfall. Das sind Bloodline-Regeln. Wir sagen, wann hier das Match vorbei ist. Und ich hätte gesagt, Goldsterne. Jetzt denke ich mir, ja, war ein Go-Home-Beatdown. War gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Weil das Match läuft ja noch und vor allem in der gleichen Show, wenn du schon No-Contest hättest, dann passt das da nicht mehr rein. Und es hätte, ja, die Idee dahinter war wahrscheinlich, dass der Sollens nicht gepinnt werden soll als World Champion. Er hat ja auch seine eigene Streak am Laufen. Ja, aber wenn man so ein Match macht, und das war ja auch der eigentliche Grund und das fand ich, die Idee fand ich wieder richtig gut. Erstmal, Solo Sikor ist ja ein Abfuck von den Heels. Insofern ist das ja okay, dass wir dann ein bisschen enttäuscht sind, dass es nur Solo Sikor ist, weil die das entschieden haben. Und dass man dieses Match nutzt, dass jeder weiß, was am Samstag auf Cody Rhodes und auf Rodens zukommen kann. Genau dieser Beatdown, genau diese Bloodline Rules oder am Sonntag, was auf Cody Rhodes zukommen kann. Und das möchtest du nicht. Jeder weiß, was on the stake ist. Aber klar, das wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn am Ende Solo wirklich gepinnt hätte. Oder Cody liegt doch daneben und muss sehen, wie Rodens gepinnt wird. Hätte sie das auch noch gehabt. Aber es konnte nur auf eine Art und Weise enden, dass die Bloodline hier dominiert. Das wäre ja auch jetzt Käse gewesen, wenn Rodens das geschafft hätte. Und dann sind Bloodline Rules schon mal Geschichte. insofern Goldsterne verteilen wir hier nicht. Aber ich würde sagen, das war schon ein ordentlicher Abschluss und mehr als ich erwartet hätte tatsächlich nach den letzten Folgen. Ja, ich stimme dir zu. Ich stimme dir vielleicht nicht zu bei der Dumpfbacke der Woche. Ach komm, Cody. Der ist verletzt. Der muss gar nichts machen. Kommt raus und wird wieder verprügelt. Ja, aber Seth Rollins hat sich mal selber komplett in diese Situation gebracht. Er kommt raus, hat eine große Fresse, will mit The Rock kämpfen und wird am Ende von allen verprügelt. Das ist schon ein Dumpfbacke. Ganz im Ernst. Geht auch. Ja, wir lassen das abstimmen. Und Goldster, Goldberg und Gold, muss man auch sagen, ja, stimme ich dir auch zu. Aber Roman hatte auch einen sehr, sehr guten Tag. Also er wurde wieder ein bisschen wichtiger dargestellt. Warum versteckt er sich unterbringen? Was hat das für einen Mehrwert? Er hat Gold gesucht, ich weiß es nicht. Das kann natürlich sein. Ja, Rodens, darf man auch nicht vergessen, Rodens wollte ja eigentlich The Rock und King Reigns haben. Die sind ja quasi, ich weiß nicht, 2K wahrscheinlich so 98.000 und dann verliert er dann aber, naja, er verliert nicht, aber er sollte eigentlich verlieren gegen Solo Secoa mit einer 63 oder so. Ansonsten, ansonsten habe ich nur noch zu erwähnen, Peg McAfee hat für mich den Kommentatoren-Vogel abgeschossen, als er irgendwann, ich glaube, ziemlich am Anfang der Show meinte, Cody goes all in und ich dachte, Bruder, was, was, was passiert hier? Wieso denn wieder so eine Referenz? Nein, aber an sich, ganz im Ernst, ich glaube, ich hatte ein bisschen das Gefühl bei den Kommentatoren, vielleicht muss ich darüber noch ganz kurz reden, die sind schwer in die Show reingekommen. Am Anfang hatte ich das Gefühl, die hatten nicht so viel Chemie miteinander. Ich hatte das Gefühl, die waren nicht im Gespräch. Vielleicht ist es aber auch einfach, vielleicht hatten sie auch eine lange Anreise, aber um vielleicht zum Fazit zur gesamten Show von meiner Seite aus zu kommen, nicht so gut wie letzte Woche, würde ich mal ganz, ganz doll sagen. Also, weil wir haben dasselbe Problem eigentlich wie letzte Woche, nämlich, dass eigentlich alle Matches weniger relevant waren, bis auf andere. Mein Match des Tages, ganz im Ernst, ich wäre wahrscheinlich bei dem Match zwischen Sami Zayn und Bronson Reed, weil A, sie haben gut gearbeitet, weil die Fans waren drin, sie haben mich am Ende mit dem Match auch noch überrascht. Es gab ein Matchende, womit ich nicht gerechnet habe. Man hat mehrere Möglichkeiten, die nicht mehr weiterzuerzählen. Deswegen ist das vielleicht ansonsten, ich hätte ehrlich gesagt kein Match des Tages, weil ich würde hier nicht sitzen und sagen, ey Leute, ihr müsst dieses Match aus der Woche nochmal gucken, weil das war wirklich ein Banger, gab es einfach nicht. Und deswegen bin ich insgesamt vielleicht, wenn ich so ein Gesamtfazit geben müsste, bei Raw kann schon jede Woche so sein, aber ein bisschen mehr geht auch. Also es ist einfach immer noch wirklich viel Luft nach oben, besonders was die Wichtigkeit der Matches einfach angeht. Belanglose Matches kann ich mir im Internet jeden Tag angucken. Dafür brauche ich nicht WWE gucken. Ja, nö, verstehe ich. Aber so funktionieren auch unsere Worts nicht. Wir müssen doch was verteilen und dann bleibe ich bei Rikushi und Iver, weil man bei denen gemerkt hat, dass die sich nicht für WrestleMania schonen müssen, weil die wirklich rausholen konnten, weil die nur in der Angels and Giant Memorial und Battle Royale drin sind. Und die anderen Matches, ja, es ist keins von diesen Matches, worüber man noch reden wird, aber nur für diese Show. Und da gehe ich da noch mit, da würde ich auch sagen, zweite Kategorie, so kann Raw immer sein, denn es hat schon Spaß gemacht. Es wurde jetzt nicht mehr mega viel weiterentwickelt, musste es dann an vielen Stellen dann auch nicht mehr. Die Matches stehen fest. Auch das darf man ja nicht vergessen. Die Matches müssen ja auch schon feststehen, zumindest die Marquis Matches, weil die Leute sich Tickets kaufen müssen, ist doch klar. Deswegen kannst du nicht in der Nacht vorher nochmal sagen, ach übrigens, Roman Reigns ist ja jetzt doch nicht gegen den, sondern gegen The Rock oder so. Das können sie jetzt auch nicht mehr machen. Insofern unter den Umständen war das schon eine gute Show und ich lobe nach wie vor die Kreativität. An vielen Stellen hat man das gesehen, man hat was ausprobiert, man hat Sachen auch über gute Clips erzählt, man hat die Matches nicht zu lang gehalten und auch diese Indie-Hardfell-Geschichte mit Candice LeRae mögen wir nicht, weil es nicht so toll ist, aber es ist eine ganz kleine Geschichte in einer großen Show, dann ist das auch nicht so verkehrt. Insofern kann das immer so sein. Letzte Woche war besser, klar, war eine der besten Folgen, die wir gesehen haben, aber jetzt hier würde ich nicht meckern. Ich habe Bock auf WrestleMania und darauf kommt es an und wir werden uns auch WrestleMania anschauen und darauf kommt es auch an und der Rest ist dann noch gar nicht mehr so wichtig am Ende dieser Raw-Review, mein lieber Virgil. Nee, und ganz im Ernst, ich sehe lieber ein Drei-Minuten-Match, wo Indie-Hardfell und Candice LeRae nicht wissen, was die andere macht, als dass ich mir nochmal eine 30-Sekunden-Rotlicht-Promo von Chinsuke Nakamura angucken muss. Ja, wo wird der eigentlich? Ja, der trainiert schon für den kleinen André, das wird lustig werden, der wird das auch, also vielleicht, irgendwer wird das schon gewinnen und im Zweifel vielleicht Lil Wayne, das könnte ich mir auch vorstellen, dass der einfach, weil der ist ja da, Mumble-Rap, Mumble-Mumble-Mumble-Virgil, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nein. Ich habe mir das rausgesucht. Es ist tatsächlich heute, vor 50 Jahren, ich ziehe doch jetzt nach Dortmund, das habe ich geguckt, heute exakt vor 50 Jahren das erste Spiel im Westfalenstadion. 3 zu 0 hat Schalke gewonnen, das ist nicht so gut gewesen. Aber ansonsten, vor 56 Jahren, und das fand ich ganz lustig, Uraufführung von 2001, Odyssee im Weltraum, wunderbarer Film, Stanley Kubik, und wer den kennt und wer Bescheid weiß, der wird wissen, dass der Film am Ende endet mit dem ersten Crybaby der Kinogeschichte. Das fand ich nämlich ganz lustig, da hat so Rock das dann her. Ich habe noch eine Match-Empfehlung für euch, und es ist jetzt eigentlich sehr einfach, denn es ist WrestleMania Week. Also es war, in dieser Woche war immer irgendein WrestleMania gewesen, ich habe mir zwei Sachen rausgesucht, also entweder heute, könnt ihr das machen, vor exakt einem Jahr flog die Gummiente, könnt ihr euch nochmal ein bisschen drauf einstimmen, wenn ihr da Zeit habt, und euch angucken, wie Cody Rhodes gegen The Rock vielleicht doch gegen Roman Reigns doch nicht gewonnen hat. Aber was ich mir rausgesucht habe, vor exakt zehn Jahren am Samstag, wenn ihr da noch ein halbes Stündchen Zeit habt, das war WrestleMania 30, Miracle on Bourbon Street. Komm, guckt euch doch nochmal den Main an. Main Event, ja, am Samstag könnt ihr das machen, dann habt ihr nochmal den Wohlfühlmoment, und einen ähnlichen Wohlfühlmoment werden wir dann auch erwarten können, da lege ich mich fest, am Sonntag bei WrestleMania. Wir sind am Ende, ich habe nicht mehr viel zu sagen, ich habe eigentlich nur noch zu sagen, Dankeschön und auf Wiedersehen. Hast du noch was anderes zu sagen? Nö, ich habe tatsächlich letztes Jahr, 2001 zum ersten Mal in voller Länge gesehen, für Leute, die keine alten Filme mögen, das sind sehr, sehr gute alte Filme. Muss man aber auch verstehen. Geht ins Kino, lohnt sich immer, guckt Filme, und ich glaube, wir machen nächste Woche unsere eigene kleine WrestleMania-Review. Wir machen eine WWE-Speed-Review nächste Woche, ja. Dankeschön, und auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.